Guten Abend und ganz herzlich willkommen zu dieser abschließenden Diskussionsrunde unserer Tagung über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die öffentlich-rechtlichen Medien im Wandel. Wir hatten eine etwas größere Anmeldung, als sich jetzt realisiert hat, aber Qualität geht auch bei uns vor Quantität und wir freuen uns sehr über Ihr Interesse. Die Debatte über den öffentlichen Rundfunk ist wahrscheinlich heute doch andere als noch vor zwei, drei Jahren. So ein Satz, wenn es die öffentlich-rechtlichen Medien nicht gäbe, müsste man sie erfinden, wäre damals vermutlich sehr viel weniger selbstverständlich gewesen als heute. Also meine Vermutung ist, dass die Grundakzeptanz für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk eher gewachsen ist in letzter Zeit und zwar wegen der politischen Turbulenzen, die wir erleben und der massiven Herausforderungen der liberalen Demokratie durch autoritäre nationalistische Bewegungen und sagen politische Kräfte und durch eine Veränderung der politischen Öffentlichkeit, die damit einhergeht, die mit dieser Krise der liberalen Demokratie Hand in Hand geht und angesichts einer Flut selektiver Informationen und manipulierter Stimmungsmache von Fake News, von staatlich finanzierten Propagandamedien wie Russia Today und selbstreferentiellen Echoräumen in den sozialen Medien ist, glaube ich, das Bewusstsein gewachsen über die Bedeutung, die die öffentlich-rechtlichen Medien haben, als eine Art von Infrastruktur der liberalen Demokratie und als Garant einer demokratischen Öffentlichkeit, ich würde sagen nicht als einziger Garant und nicht als einzige Produktionsform für Qualitätsjournalismus, aber eben doch als ein ganz zentraler Rückhalt, sozusagen ein Ankerpunkt für guten Journalismus und für eine kritische Öffentlichkeit. Und das ist, glaube ich, gerade in den heutigen Zeiten wichtiger als je. Das schützt natürlich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht vor Kritik. Und man muss schon, glaube ich, ein genaueres Verständnis nochmal entwickeln von der spezifischen Konstruktion der öffentlich-rechtlichen Medien. Sie handeln in einem öffentlichen Auftrag, aber sie sind eben kein Staatsrundfunk, wie Herr Meuthen und andere Demagogen seiner Couleur behaupten. Sie sind unabhängig in ihrem journalistischen Auftrag, also autonom in ihrer Programmgestaltung und diese Unabhängigkeit sowohl gegenüber der Politik wie gegenüber der Wirtschaft soll gerade durch die Art ihrer Finanzierung gesichert werden, die ja immer wieder Anlass für öffentliche Erregung bietet, vor allem wenn die Rundfunkbeiträge die Gebühren wieder erhöht werden sollen. Aber genau diese Form der Gebührenfinanzierung, also nicht über den öffentlichen, über den staatlichen Haushalt und auch nicht, jedenfalls nicht vorrangig abhängig von Werbeeinnahmen, soll die Autonomie der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sein gewährleisten. Trotzdem gibt es, glaube ich, jetzt keinen Grund, sich selbst zufrieden zurückzulehnen, sondern auch die öffentlich-rechtlichen müssen sich mit der Kritik auseinandersetzen, die in verschiedenen Dimensionen immer wieder geübt wird, beginnend mit der Frage, brauchen wir sie eigentlich in diesem Umfang? Ist der Apparat womöglich zu aufgebläht und zu kostspielig? Wie ist es tatsächlich mit der politischen Unabhängigkeit und der Staatsferne, vor allem des öffentlich-rechtlichen Fernsehens und spielen Parteien nicht doch eine zu große Rolle, vor allem wenn es um die Besetzung des Spitzenpersonals der öffentlich-rechtlichen Medien geht? Und wie ist es mit dem Ausgreifen von ARD und CDF auf die digitalen Medien, wo sie ja als Konkurrent auftreten, sozusagen als gebührenfinanzierter Konkurrent auftreten, vor allem zu den kommerziellen Zeitungsverlagen, die ihr Geld auch im Netz verdienen müssen und wo sie möglicherweise die Herausbildung von tragfähigen Geschäftsmodellen für digitalen Journalismus gefährden. Auch das ist eine Debatte, die man ernst nehmen muss. Also so notwendig die öffentlich-rechtlichen sind, so sehr müssen sie sich auch ständig einer öffentlichen Kritik stellen, um ihre Legitimation und um die öffentliche Zustimmung zu bewahren. Und dazu haben wir, sagen wir heute Abend, ein sehr interessantes Podium zusammengestellt, das Ihnen gleich vorgestellt werden wird. Ich möchte mich zum Schluss ganz herzlich bei allen Mitwirkenden bedanken, vor allem auch bei unserem Kooperationspartner der Otto-Brenner-Stiftung und in Person Jupp Ligerand, der heute Abend hier sitzt. Last not least auch bei unserem Team der Böll-Stiftung und vorneweg Anne Ulrich für die Vorbereitung, Konzeption dieser Tagung. Also vielen Dank uns allen einen spannenden Abend und ich übergebe an Bettina Gauss, die die Diskussion moderieren wird. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Ralf Füchs. In der Tat, ich werde die Diskussion moderieren und würde die Gelegenheit gerne nutzen, erst mal Ihnen die Teilnehmer auf dem Podium hier vorzustellen. In der Mitte sitzt Frau Dr. Carola Wille. Die Juristin ist seit 2011 Intendantin des Mitteldeutschen Rundfunks MDR und seit Januar 2016 turnusgemäß für zwei Jahre Vorsitzende der ARD. Außen sitzt Tabea Rössner, seit 2009 für die Grünen im Bundestag und dort ist sie unter anderem die Sprecherin für Medienpolitik und digitale Infrastruktur ihrer Fraktion. Fast 20 Jahre lang arbeitete sie als Journalistin und zwar sowohl für öffentlich-rechtliche wie auch für private Sender. Neben ihr sitzt Professor Christoph Biber, der seit 2013 im Rundfunkrat des WDR ist, wohin er von den Piraten in Nordrhein-Westfalen entsandt wurde. Der Politologe hat über Online-Kommunikation und politische Öffentlichkeit promoviert. Die Auswirkungen der neuen Medien und des Internets auf die Demokratie und politische Prozesse gehören zu den Forschungsschwerpunkten von Christoph Biber, der eine Professur an der Universität Duisburg-Essen innehat. Neben mir sitzt Christian Mayer, der seit 2015 als Medienjournalist bei der Tageszeitung Die Welt arbeitet. Der langjährige Mitarbeiter von Branchendiensten wie Cress Report und Media, wo sie ja auch Mitglied der Chefredaktion gewesen sind über Jahre hinweg, beschäftigt sich vor allem mit Fragen nach der Zukunft dessen, was er die, was ich ein hübsches Wort finde, die Inhalteindustrie nennt. Also aus Vorgesprächen weiß ich, dass niemand hier oben Fundamentalkritikerin oder Fundamentalkritiker ist und die Öffentlich-Rechtlichen komplett auflösen will, was bei Frau Dr. Wille wahrscheinlich ohnehin niemanden wahnsinnig überrascht, aber es gilt auch für die anderen. Es gibt allerdings sehr wohl fundamentale Kritik an bestimmten Zuständen, Entscheidungen und Entwicklungen. Wahrscheinlich haben Sie alle, meine Damen und Herren, die Sie hier sitzen, zu fast allen Themen, die wir hier ansprechen, auch eine Meinung und Fragen, sonst würden Sie ja nicht an dieser Tagung teilnehmen, wenn das Thema Sie nicht interessierte. Wir wollen mal Folgendes versuchen und mir ist klar, dass das thematisch nicht leicht ist, voneinander zu unterscheiden. Aber ich will versuchen, diese Diskussion in zwei Blöcke aufzubrechen und zwar in der ersten Runde über den Zustand und die Situation der traditionellen Medien, also Fernsehen und Hörfunk, reden, die Entwicklungen dort, auch die Fehlentwicklungen, Legitimierung des Systems, Demokratiedefizite, demokratische Aufgaben. Und dann möchte ich Sie, meine Damen und Herren, zu genau diesen Themen zu Wort kommen lassen, mit eigenen Stellungnahmen, Fragen, was Sie möchten, um dann in einer zweiten Runde hier oben auf dem Podium über das Thema öffentlich-rechtliche und neue Medien, vulgo Internet, zu sprechen und dann nochmal ins Publikum zu geben. Wie gesagt, mir ist klar, dass es da thematische Überschneidungen gibt, aber ich finde es sinnvoll, um ganz offen zu sein, ich würde Sie gern zweimal zu Wort kommen lassen. Ich habe relativ oft die Erfahrung gemacht, dass es die Diskussionsrunde oben gibt und dann gehen die Leute, die nicht selber was sagen wollen, weil sie sagen, na gut, jetzt ist der interessante Teil vorbei. Das finde ich immer ein bisschen schade und wir dachten, wir versuchen es vielleicht mal mit dieser Zweiteilung und damit haben Sie auch eine Chance, eher und schneller sich zu artikulieren, als das vielleicht sonst üblich ist. Ja, damit fange ich auch einfach mal an. Ich habe mit Ihnen allen ja Vorgespräche geführt, so richtig schockartig wird Sie es nicht treffen. Frau Dr. Wille, wir haben darüber gesprochen, wir erinnern uns wahrscheinlich alle an die erste Runde der Präsidentschaftswahlen in Frankreich, wo ich sehr, sehr froh war, dass es den bösen Kommerzsender NTV gab, weil weder ARD noch ZDF irgendetwas über die üblichen Nachrichtensendungen hinaus gemacht haben. Da hatte ich so das Gefühl, Vollversorgung zu den üblichen Bürozeiten. Also es fand wirklich nichts statt, außer der Tagesschau in der ARD. Wie kann sowas passieren und oder fanden Sie das völlig in Ordnung? Also ich habe den Tag und den Abend verfolgt, natürlich im Fernsehen und eindeutig. Ich hatte mir an diesem Abend mehr öffentlich-rechtliches Profil, mehr sozusagen Informationsteile an dem Abend gewünscht. Das war nicht der Fall. Wir hatten zwar noch mal eine Spätausgabe, eine Nachrichtensendung, war nicht nur 20 Uhr, sondern noch mal zwischen zwei Krimis, eine zusätzliche Nachrichtensendung. Aber ich fand es für den Tag und angesichts der Bedeutung dessen, was an diesem Tag auch für Europa stattgefunden hat, fand ich es nicht ausreichend. Wir waren allerdings wieder da. Wir waren da jetzt an dem Wochenende, fand ich an dem Sonntag, wo dann zwischen Le Pen und Macron die Entscheidung stattfand. Ich fand, da waren wir weder richtig gut auf der Höhe der Zeit. Da waren wir zutiefst öffentlich-rechtlich. Wir waren den Tag über und auch den ganzen Abend dran an den Dingen. Und das war die Berichterstattung, die ich von uns erwarte und die ich mir auch wünsche für uns. Da ist ja auch viel Lob dann über Sie ausgegossen worden, gerade im Kontrast, also auf den Medienseiten von Printmedien, gerade im Kontrast zu dem, was sich zwei Wochen vorher ereignet hat. Aber ich möchte mir das wirklich konkret vorstellen können. Wie ist der Ablauf? Wie kann sowas passieren? Also wer ist da befasst? Wie ist die Entscheidung zu sagen, ach lassen wir mal, so wichtig ist Frankreich nicht? Oder ist überhaupt niemand auf die Idee gekommen? Da würde ich der internen Auswertung nicht vorgreifen wollen, die sowohl auf der Chefredakteusebene als auch auf internantenebene natürlich stattfinden muss, wie sowas möglich ist. Und wir werden das intern auswerten. Und da wir diese Internantenrunde erst nächste Woche haben, werden wir da gemeinsam gut darüber zu reden haben. Okay. Dann würde ich die Frage gerne nochmal an Frau Rösner weitergeben. Und ich spreche sie nur dieses eine Mal ausdrücklich nicht als Abgeordnete an, sondern als frühere Kollegin. Sie haben ja lange als Journalistin gearbeitet. Wie kann das passieren? Wie ist der Ablauf? Nun gut, jetzt war ich da selber nicht aktiv, aber ich weiß, wie früher so die Entscheidungen waren. Das waren Diskussionen auf, ja, es gibt ja immer aktuelle Sitzungen, wo wesentliche Informationssender dann zusammensitzen. Und da gibt es dann auch schon mal eine falsche Einschätzung, welche Bedeutung das dann tatsächlich hat. Ich kann jetzt in diesem Einzelfall, ja, was soll ich dazu sagen? Ich war jetzt da nicht dabei und kann das schwer beurteilen. Aber natürlich hängt das immer auch von Menschen ab, die dort arbeiten, die Entscheidungen treffen. Und wo Menschen arbeiten, passieren eben auch Fehler. Wichtig ist, dass man sich denen dann auch öffnet und sich der Kritik auch stellt und eine Erklärung dafür findet, warum man möglicherweise in so einem Fall falsch gelegen hat mit der Einschätzung und eine falsche Entscheidung getroffen hat. Also eine Erklärung fällt Ihnen aber jetzt auch so nicht ein, da Sie nicht beteiligt waren an dem Entscheidungsprozess. Ja, ich habe da leider in den Redaktionssitzungen nicht gesessen. Das ist ja auch richtig so, weil Politiker sollen da ja nicht sitzen. Wir wollen ja einen staatsfreien oder staatsfernen Rundfunk haben. Deshalb kann ich das schwer beurteilen. Aber ich weiß, dass es halt solche Diskussionen ja immer mal wieder gibt. Und die Frage von, wer bestimmt eigentlich, welche Themen angegangen werden. Und häufig sind es ja so ganz einfache Prozesse. Also ich weiß das noch aus der Erfahrung, das ist schon lange her. Aber wenn in irgendeiner Zeitung, vielleicht auch in einer Boulevardzeitung eine sehr provokative These vertreten wurde, dann war das natürlich auch ein Thema in der aktuellen Programm- oder Chefredaktionssitzung. Und dann muss man, glaube ich, auch immer mal hinterfragen, wer macht eigentlich das Agenda-Setting? Ja, und warum? Ja, warum kann ich jetzt nicht sagen. Aber das Agenda-Setting ist halt etwas, was von verschiedenen Faktoren abhängig ist. Also berichten andere Medien, muss man auch einen Beitrag dazu leisten, bestimmte Themen, die gar nicht vorkommen, woanders vorkommen. Muss man eine gute Begründung haben, warum man das nicht macht. Die Frage von, also wir können ja über verschiedene Punkte reden, wie die Ukraine-Berichterstattung war, wie der Umgang mit der AfD ist. Es gibt ja immer wieder mal... Und ein paar Themen kommen wir auch noch. Da kommen ein paar Themen, genau, die will ich auch nicht vorwegnehmen. Aber das sind natürlich immer Entscheidungen, die getroffen werden. Erstmal in der Konferenz und dann letztlich auch von einzelnen Verantwortlichen, die sagen, so machen wir es oder so machen wir es. Also ich gebe noch nicht ganz auf mit der Ursachenanalyse oder auch mit der Ergebnisanalyse. Herr Professor Biber, die Berichterstattung war ja, soweit ich weiß, auch Thema im WDR-Rundfunkrat. Wie hat denn das Gremium darauf reagiert und wo sehen Sie die Ursachen? Also abschließend ist es auch dort noch nicht verhandelt worden. Da muss ich Sie leider enttäuschen. Aber in der einen Sitzung, die wir hatten seitdem, gab es im Grunde ganz ähnliche Stimmen, die dann von den Rundfunkratsmitgliedern gewissermaßen als Sprecher für enttäuschte Zuschauer formuliert wurden und in Richtung des Senders getragen wurden. Im Sinne jetzt eines ersten Beschwerdemanagements. Interessant wird jetzt tatsächlich sein, wie viele zusätzliche Beschwerdebriefe, vielleicht auch tatsächlich formelle Programmbeschwerden. Das kann ich mir allerdings nicht vorstellen. Kommen jetzt tatsächlich noch auf die Sender zu? Also ist es wirklich auch als ein großes Defizit wahrgenommen worden? Wie gesagt, es gab diese doch leichte Verwunderung über eine, zumindest an diesem Abend, sehr punktuelle und knappe Berichterstattung. Aber jetzt würde ich vielleicht einen Erklärungsversuch anbieten, obwohl ich auch nicht in den Runden dabei gesessen habe, sondern wenn man das aus der politikwissenschaftlichen Perspektive betrachtet, könnte man das auch tatsächlich mit dem konkreten Prozess oder Vorgang erklären, denn der ist nicht so gut übertragbar wie zum Beispiel eine US-Präsidentschaftswahl, die eben eine ganze Nacht lang dauert und wo Stunde für Stunde die Ergebnisse hereinkommen, sondern es ist erst mal nur der Moment, das haben wir dann auch bei der Stichwahl ja gesehen, 20 Uhr, es kommt das Ergebnis, wir sehen Macron als Sieger eingeblendet vor dem Élysée-Palast, danach dann Marine Le Pen, das war es. Dann hat sich das Ereignis für den Abend erst mal erschöpft und ich kann das Ergebnis diskutieren. Was ich zugutehalten würde, den öffentlich-rechtlichen und auch den anderen, ist, dass man natürlich im Vorfeld die Bürger darüber breit informiert hat und an vielen Stellen informiert hat, was da gerade passiert, dass sich dort ein anderes Bewerberfeld formiert hat im Vorfeld der Wahl, das breiter aufgestellt ist, dass auch Kandidaten hervorbringt, die eben nicht einer traditionellen Partei zugehörig sind, sondern Bewegungskandidaten, das wusste man ja. Das Ergebnis wird innerhalb einer sehr kurzen Sequenz dargestellt und dann, naja, kann man das kommentieren im Lichte dessen, was man vorher geahnt hat. Es sind die zwei geworden, von denen alle gedacht haben, dass sie es werden. Insofern könnte man jetzt auch sagen, okay, man berichtet nüchtern und knapp über das Resultat, berichtet in den zwei Wochen, die danach kommen, dann natürlich, was heißt das für Frankreich, wie verändert sich nun die Unterstützerschaft in der Bevölkerung und wie verteilen sich die Stimmen der Unentschlossenen oder derjenigen, die eben für einen anderen Kandidaten haben, dann auf die anderen. Das wäre gewissermaßen so eine systemlogische Erklärung und da könnte ich mir vorstellen, dass das aus der Sicht der Medienmacher vielleicht gar keine so falsche Idee gewesen ist. Also das ist eine wirklich, wie ich finde, beachtliche Verteidigung zugunsten dieses Vorgangs, der mich, um es ganz vorsichtig auszudrücken, überrascht hat. Und wenn ich mir jetzt Ihre Antworten, ich komme gleich zu Ihnen, Herr Mayer, wenn ich mir Ihre Antworten so zusammenfasse, dann denke ich, das ist schon, also vor allem Sie, Prof. Biber und Sie, Frau Dr. Wille, Sie können ja in der Tat nichts dafür, Sie haben nicht da gesessen. Ich kann auch nichts dafür, ich mache das Programm nicht. Das ist wahr, aber Sie sind Rundfunkrat und Sie möchten auch dem abschließenden Ergebnis nicht vorgreifen. Können Sie verstehen, dass der Eindruck, die Öffentlich-Rechtlichen sein, ein Tanker und extrem schwer beweglich sich verfestigt, weil ich stelle mir mal vor, wie das bei uns in der Redaktion gelaufen wäre, wenn eine krasse, oder läuft, was ja auch vorgekommen ist, wenn eine krasse Fehlentscheidung passiert. Die Vorstellung, dass man dann in der Redaktion sagt, also nach zwei Wochen können wir da irgendwie noch keine Ursachenanalyse feststellen, das wäre schwierig. Also wenn man mal die Diskussion, als die Vorfälle in Köln waren, betrachtet, da gab es ja dann im ZDF, weiß ich, weiß nicht, wie es bei der ARD war, aber da gab es heftige Kritik, warum das ZDF da zu spät darüber berichtet hat. Und die Redaktionen haben sich ja damit auseinandergesetzt und haben gesagt, wir wollten aber auch erst mal Fakten zusammenbringen und nicht irgendwo auf einen Zug drauf springen, ob man das dann anders hätte machen können und so. Das wurde ja in den Redaktionen, soweit ich weiß, sehr kontrovers und im Nachgang auch sehr heftig diskutiert. Und da glaube ich, sind die Redaktionen ja auch lernfähig. Also wenn man solche Situationen mal hat, da ist man auch dann sensibilisierter für das nächste Mal. Herr Mayer. Ja, also ich teile Ihre vorsichtige Einschätzung. Also wenn wir als Zeitung am nächsten Tag eine kleine Meldung gebracht hätten, ja, also die beiden sind jetzt in der Stichwahl und weiter geht's, dann hätten sich die Leser, glaube ich, sehr gewundert. Stattdessen machen wir mehrere Seiten zu diesem Thema. Und der Vergleich mit Köln, Frau Olsen, finde ich jetzt passt nicht so. Das ist etwas, was vorher nicht planbar war. Frankreich, das stand ja irgendwie wahrscheinlich in den Themendiensten, dass die Wahl ist und nach welchen Kriterien ein Brennpunkt beispielsweise gemacht wird, ist natürlich seit Jahren schon nicht so besonders transparent. Da gibt es mal was zu unwettern und das ist so ein bisschen erratisch zumindest. Also finde das zumindest vorsichtig zweifelhaft, wie solche Entscheidungen zustande kommen. Und auch sozusagen der Hinweis darauf, dass man es abschließend noch nicht bewertet hat. Ich verstehe, dass Gremien tagen, die haben einen bestimmten Turnus, da müssen sich die Leute dann zusammenfinden und dann wird ein abschließendes Urteil gefällt. Sie haben ja auch, Frau Wille, schon gesagt, dass Sie damit nicht zufrieden waren. Aber das klingt alles sehr schwerfällig und bestätigt leider, auch wenn es gute Gründe dafür geben mag. Ich finde das als Erklärungsansatz jetzt nicht vollkommen falsch oder nicht logisch. Aber selbst wenn es das geben sollte, ist glaube ich beim Zuschauer, der sich für diese Themen interessiert, wir reden ja nicht über die, die lieber dann ein anderes Programm sehen wollen, da ist die Verständnislosigkeit dann groß. Trotzdem auch dort, Herr Biber, Sie haben darauf hingewiesen, Beschwerdebriefe, wir müssen mal schauen, wie viele Beschwerdebriefe denn da kommen. Das ist ein journalistisches Kriterium. Hätten wir darüber berichten müssen oder nicht ausführlicher, hätten wir machen müssen. Und da hängt es auch nicht davon ab, wie viele Zuschauer sich beschweren. Denn das müssen wir als Journalisten sagen, das wollen wir groß machen und das eben nicht. Und das sind unsere Gründe, das groß zu machen. Und das sind unsere Gründe vielleicht eben erst in zwei Wochen oder im Vorfeld dann der endgültigen Wahl, das größer zu berichten. Ich würde gerne, ich würde nur gerne, weil ich angesprochen worden bin, ich möchte das natürlich nicht vergleichen. Und natürlich sind das unterschiedliche Ereignisse gewesen. Und natürlich konnte man die Frankreich, war ja auch im Vorfeld gut planen. Und das war ja auch eine Einschätzung, die sehr viel Kritik hervorgerufen hat. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Nur es gibt eben unterschiedliche Mechanismen. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, so aus meiner Rückbetrachtung, dass die großen Tanker da nicht fähig sind, irgendwie schnell zu reagieren. Das können Sie sehr wohl. Sie haben ja ein Korrespondentennetz. Sie können auch auf... Nein, ich meinte, dass Sie nicht schnell genug auf eine Panne, ich formuliere es mal als Panne, reagieren können in der Auswertung. Und in diesem Zusammenhang, nur darauf bezogen hatte ich das erwähnt, dass es halt hinterher eine Kritik gab innerhalb des Hauses, wo die Redaktionen sich im ZDF darüber ausgetauscht haben und sehr wohl zu der Erkenntnis gekommen sind. Wir haben zu spät reagiert. Wir hätten da schneller. Wir hätten ja auch anders. Wir hätten ja nicht irgendwie jetzt Spekulationen weitertragen können, sondern wir hätten anders vorgehen können. Also diese Auseinandersetzung hat es schon gegeben. Und darauf bezog sich das nur. Ich merke, dass Frau Dockner-Wülle etwas dann doch noch gerne sagen muss. Ich habe gesagt, wann es auf der Ebene der Intendanten diskutiert wird. Na klar haben die Chefredakteure sich damit beschäftigt. Na klar gab es eine Diskussion mit dem Programm direkt der Erstes Deutsches Fernsehen. Wir haben nur nächstes Wochenende eine gemeinsame Runde Intendanten und Chefredakteure. Und auf die Ebene habe ich abgestellt, dass wir da auf der Ebene gemeinsam darüber diskutieren, wie das möglich war. Das war ja Ihre Frage. Das finde ich interessant. Ist der Anlass für diese gemeinsame Begegnung die Frankreich-Berichterstattung oder ist das ein turnusgemäßiges? Der Anlass ist es nicht, sondern es ist sozusagen eine Runde, weil wir uns sagen, in diesen Zeiten, wo so viele Fragen an guten Journalismus gestellt werden, ist es gut, dass Intendanten und Chefredakteure ab und zu miteinander sprechen. Ohne Frage. Aber das war auch schon vor Frankreich terminiert. Ja, aber es ist der richtige Zeitpunkt, um jetzt gründlich drüber zu reden. Okay. Vielen Dank. Herr Mayer, Sie haben neulich in einem Kommentar geschrieben, die öffentlich-rechtlichen Sender sollten sich nicht länger fragen, was die Demokratie für Sie tun kann, sondern was Sie für die Demokratie tun können. Was meinen Sie mit diesem an Kennedy, ich setze das mal als bekannt voraus, angelehnten Zitat? Ja, ist möglicherweise erklärungsbedürftig. Im Zusammenhang, das bezieht sich natürlich auf den Rundfunkbeitrag, der ja wiederholt in letzter Zeit als Demokratieabgabe verstanden wird und das ist auch, das kann man auch, das mag man auch so sehen. Nur wird uns, sage ich jetzt mal, Beitragszahlern oder dem Beitragszahlern insgesamt ja immer gesagt, ihr leistet diesen Beitrag von aktuell 17,50 Euro für ein System, das die Demokratie sichert. Auf der anderen Seite, wir haben es gerade heute wieder gehört, Herr Buttguss hat sich geäußert, der Beitrag wird steigen und so ist es gemeint, was Sie für die Demokratie leisten können. Natürlich leisten Sie einen wesentlichen Beitrag zur Demokratie, aber vielleicht gehört dazu auch, dass man über die Verhältnisse... Haben Sie jetzt gesagt, wir? Nein. Natürlich leisten wir einen wesentlichen Beitrag zur Demokratie? Nein, habe ich nicht. Wenn ich es gesagt habe, nein, nein, leisten die Sender einen wesentlichen Beitrag, ich stehe da nicht auf der Payroll. Aber der Beitrag kann ja auch darin bestehen, zu sagen, wir müssen uns über Verhältnismäßigkeiten Gedanken machen. Was ist die richtige Verhältnismäßigkeit? Und meine Befürchtung ist, dass wenn jetzt wieder eine Diskussion entsteht, der Beitrag steigt, was ist Sinn und Zweck des öffentlichen Rundfunks, dass der zunehmend in Frage gestellt wird. Meine Befürchtung wäre, dass dann die ganze Sinnhaftigkeit der Aktion ins Hintertreffen zu geraten droht. Dass man sagt, dass man eben, wenn die Stabilität nicht gewährleistet ist, dass dann... Man tut auch was, wenn man den Beitrag stabil hält und dann ist das jetzt auch ein Beitrag zur Demokratie. So ist das zu verstehen. Also wenn ich Sie recht verstehe, beziehen Sie sich ausschließlich auf die Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Sender mit diesem Satz? Ist das nicht ein bisschen ein arg großer Satz für ein dann doch Detailproblem? Nämlich die Frage, wie viel Geld, ob es nun 17,90 Euro oder 18,50 Euro oder 23,60 Euro im Monat sind? Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, finde ich schon. Nein, finde ich nicht zu klein. Also in jeder anderen Hinsicht sind Sie zufrieden mit dem, was die Öffentlich-Rechtlichen im Hinblick auf ihren demokratischen Auftrag tun? Das ist eine sehr globale Frage. Ich glaube, dass die Öffentlich-Rechtlichen sehr wohl einen wesentlichen Beitrag zur Demokratie leisten. Aber natürlich ist nicht alles, was dort zu sehen und zu hören ist, sozusagen fällt unter diese Kategorie. Da kann man Sternchen vielleicht vergeben, wo das besonders gerechtfertigt ist und wo es eben überhaupt nicht gerechtfertigt ist, weil man es vielleicht gar nicht braucht, weil es von privaten Anbietern bereits geleistet wird. Dieser Kommentar bezog sich allerdings konkret auf die wahrscheinliche Veränderung des Rundfunkbeitrags. Herr Professor Biber, wie finden Sie diese Einschätzung des Kollegen Mayer? Das war ja Gegenstand des ganzen Nachmittags eigentlich die Frage, was leisten öffentlich-rechtliche Medien, in welchem Verhältnis steht es zueinander? Wir können jetzt natürlich über die Rundfunkbeiträge streiten höher, niedriger. Wir haben vorhin ein paar Hinweise bekommen, woran das liegt, dass es nicht unbedingt in dem erhöhten Finanzaufkommen für Rechte oder Produktion liegt. Darf ich kurz unterbrechen? Ich glaube, wir können nicht davon ausgehen, dass alle, die hier sitzen, auch den ganzen Nachmittag über hier waren. Das heißt, wenn Sie sich auf etwas beziehen, was nachmittags stattgefunden hat, wenn Sie es knapp zusammenfassen, fände ich es schön. Ich habe auch nur die Zusammenfassung des Nachmittags mitbekommen und daraus geschlossen, dass genau diese Themen hier mehrfach diskutiert worden sind. Aber ich soll ja was zu Herrn Mayer sagen und da fällt es mir jetzt auch schwer, rauszukommen aus dieser Ecke zwei Stühle, eine Meinung. Also Demokratie hat ihren Preis und Dinge, die für demokratische Prozesse wichtig sind, die dauern lange. Das hatten wir eben schon und sie kosten auch Geld. Also das Gleiche gilt auch für Wahlen. Dinge, die wir nicht wissen, missen wollten, die kosten etwas und die sollten uns auch wert sein. Und so ähnlich würde ich das hier mit den öffentlich-rechtlichen Medien auch sehen. Und die Frage, sind sie uns das wert, ist, glaube ich, in den letzten Monaten mehrfach eigentlich recht deutlich beantwortet worden. Wenn wir in die USA schauen und sehen, wohin ein liberales Mediensystem ohne einen starken öffentlich-rechtlichen Ruhepol führt, dann braucht man gar nicht groß weiter diskutieren. Und dann ist diese Frage nach etwas mehr, etwas weniger, finde ich gar nicht so relevant. Die Frage ist eher, wie gehe ich mit diesem, auch das haben wir heute Nachmittag gehört, großen Block von mehr als acht Billiarden um, was nicht Umsätze sind, sondern eher als Budget oder Etat verstanden werden sollte. Das war die eine Einordnung von heute Nachmittag. Die Frage ist eher, sollte es tatsächlich in einer derart starken Art und Weise, wie es bisher gemacht wird, in eine Form der Inhalteproduktion, also als Inhalteindustrie gelenkt werden? Oder muss man sich in Zukunft nicht noch mehr und andere Aufgabenbereiche des Öffentlich-Rechtlichen vorstellen, die im Moment noch unzureichend abgedeckt sind? Und jetzt meine ich explizit nicht Digitalisierung, weil darüber sollen wir nicht reden, in diesem ersten Teil. Das ist kein Prühwort, aber es wäre ganz schön, wir könnten es verschieben. Man sieht anhand der Komplexität der Entwicklung von Medienpolitik auf nationaler, aber auch auf internationaler Ebene, auch auf europäischer Ebene, dass es auch ganz andere Arbeitsbereiche gibt für den Öffentlich-Rechtlichen und deren Vertreter, die auch in so einer Art Lobbyarbeit zum Beispiel bestehen, die in der Präsenz in Brüssel bestehen, die an der Beteiligung an Debatten um meinetwegen TTIP oder die europaweite Definition eines Rundfunkbegriffs bestehen. Und das sind durchaus auch Leistungen, die in dieses große Paket reinfallen. Also ich habe gemerkt, dass Herr Mayer zuckte und kurz nach ihm zuckte Frau Rössner und dann habe ich gedacht, gut, gehen wir in der Reihenfolge des Zuckens vor. Ganz vorsichtig gezuckt. Also was mir daran nicht ganz gefällt, ist, Sie sagen, okay, vor der Tür stehen Populismus, Bedrohung, das Ende der Demokratie naht. Also kann uns das egal sein, ob wir 17,50 Euro, 17,98 Euro oder 19,48 Euro zahlen. Das finde ich ein wenig kurzgeriffen und nimmt auch, glaube ich, die Bedenken oder sozusagen die Akzeptanz, es geht ja um Beitragsakzeptanz, nicht nur um Beitragsstabilität, dieses Thema bei den Beitragszahlern nicht ganz ernst. Wenn wir nur sagen, wir brauchen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber ja, sage ich auch, aber in welcher Form? Das ist ja die Frage. Sie haben es angesprochen. Und wenn man sieht, Altersversorgung, drei Milliarden Euro allein für die ARD in der Gebührenperiode, da muss ich halt doch fragen, okay, ganz so irrelevant ist die Frage, wie hoch der Beitrag ist, dann eben nicht. Das mag für mich als Beitragszahler vielleicht am Ende ein Eis für meine Tochter weniger sein, kann, aber das ist nicht der Punkt. Dieser steigende Beitrag steht ja für etwas, was eigentlich nicht sein sollte, nämlich eine ständige weitergehende Erhöhung von Mitteln, eine Expansion, ein System, was sich im Wachsen begriffen ist, obwohl man ja entscheidende Maßnahmen eingeleitet hat, auch zu sparen. Das muss man ja auch sozusagen anerkennen. Aber trotzdem steht dieser Beitrag für mehr als nur etwas, was von unserem Konto abgezogen wird. Und da muss man sagen, aber das ist es mir ja wert, weil es ist ja für die Demokratie. Also ich würde mal behaupten, auch mit 15 Euro, ist jetzt ein wahllos gegriffener Betrag unter dem aktuellen Beitrag, kann man auch die Demokratie sichern. Also wir führen ja diese Debatte jetzt schon eine ganze Weile und es fokussiert sich immer sehr stark auf die Höhe des Beitrages und da merke ich immer, dass es ein Defizit gegeben hat in der Zeit, als es die Beitragsumstellung gab. Weil da hätte ich mir gewünscht, dass man da auch eine Qualitätsoffensive macht und eine Diskussion darüber, was uns der Öffentlich-Rechtliche eigentlich wert ist und was er uns bedeutet. Und das ist versäumt worden. Man hat irgendwie versucht, diese Beitragsumstellung irgendwie zu kommunizieren, aber dabei ist das eben nicht gleichzeitig gemacht worden. Und jetzt hat man eben sozusagen, hängt man hinterher mit dieser Diskussion und die möglichen, also die Ankündigung von möglichen Steigerungen bringen die Leute dann auf den Plan und sagen, oh Gott, jetzt müssen wir aber ganz schnell was tun. Und da finde ich, ist die Diskussion eigentlich oder ist das Pferd von hinten aufgezäumt, weil der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk ja unabhängig sein soll und so ist auch die Finanzierung. Wir zahlen ja keine Steuern, ganz bewusst, damit wir auch nicht irgendwann sagen, das ist uns jetzt nicht genehm als Politik, dann fahren wir mal das Geld wieder runter, sondern es gibt ja ein ganz klares Verfahren, das eine unabhängige Finanzierung eines unabhängigen öffentlich-rechtlichen Systems auch gewährleisten soll. Das heißt, es gibt einen Auftrag und dieser Auftrag ist nicht so konkret, dass er in die Programmautonomie eingreift, weil das ist ja auch so ein bisschen diese Schwierigkeit zwischen, was die EU-Kommission einerseits fordert und was das Bundesverfassungsgericht auf der anderen Seite geurteilt hat. Können Sie nicht als bekannt voraussetzen? Nein, also die EU-Kommission sagt, im Grunde muss der Öffentlich-Rechtliche sehr konkret beauftragt werden. Wir haben aber vom Bundesverfassungsgericht einen klaren Auftrag, dass die Politik nicht zu konkret sein darf und deshalb gibt es dieses Konstrukt mit dem Rundfunk-Staatsvertrag, wo die Aufgaben beschrieben sind, aber die Ausgestaltung dieses Auftrages machen eben die Sender selber. Und so ist das eben auch mit der Finanzierung. Die soll sich bemessen an dem Auftrag und deshalb gibt es die Anmeldung, gibt es die Kommission für die Ermittlung des Finanzbedarfs und wenn man jetzt von vornherein sagt, also der Betrag darf aber nicht das und das überschreiten, dann ist das ein bisschen zu kurz gefasst. Die Frage ist, dass man erstmal über den Auftrag reden muss, auch gerade im Hinblick auf Digitalisierung, da kommen wir sicherlich gleich zu, was soll er zukünftig machen, wie muss sich der Öffentlich-Rechtliche ins Internet auch entwickeln können. Er hat ja eine Entwicklungsgarantie vom Bundesverfassungsgericht auch zugesprochen bekommen. Das heißt, erst muss über den Auftrag gesprochen werden und dann muss er auch ausreichend finanziert werden. Das sagt nicht automatisch, der darf sein, sich ausbreiten und alles nur noch erweitern. Darum geht es nicht, sondern man muss auch formulieren, was er meinetwegen lassen soll, wenn er sich weiter ins Internet zum Beispiel weiterentwickelt. Aber wichtig ist, dass erst der Auftrag steht und dann die Finanzierung kommt. Und bevor wir über den Auftrag, können wir auch über den Ist-Zustand reden und bevor ich Frau Dr. Will das Wort gebe, würde ich diese Debatte um die Gebühren gerne nochmal mit einer inhaltlichen Frage verknüpfen. Also der Ist-Zustand, also viele Journalistinnen und Journalisten in fast allen anderen Häusern gucken neiderfüllt natürlich auf gut gefüllte Töpfe, von denen es ja auch schön ist, dass sie gut gefüllt sind bei den Öffentlich-Rechtlichen, beispielsweise auf Recherchemittel, von denen andere nur träumen können. Und ich bin da jetzt mal offen, ich finde für die Mittel, die zur Verfügung stehen, kommt da erstaunlich wenig raus. Ich rede ausdrücklich von investigativem Journalismus. Also in der Tagesschau höre ich zu oft den Satz nach Berichten der Süddeutschen Zeitung oder Informationen des Spiegel zufolge und ganz selten ARD- oder ZDF-Recherchen ergaben. Finden Sie den Vorwurf ungerecht oder können Sie nachvollziehen, dass ich sage, ich verstehe ja, warum viel Geld für Recherche zur Verfügung gestellt werden soll und muss und warum das auch eine gesellschaftspolitische Aufgabe ist. Aber gibt es da eigentlich auch eine interne und von mir aus auch durch Gremien institutionalisierte Qualitätskontrolle? Die beiden Dinge hängen ja wieder zusammen. Also was kostet der öffentlich-rechtliche Rundfunk? Ist er das wert? Und was sind die Leistungen, die tatsächlich erbracht werden? Und wenn wir über Legitimationsfragen reden, dann ist eine entscheidende Legitimation, dass wir tatsächlich für saubere Recherche, für Einordnung, für Hintergrund, für Orientierung stehen. Dafür muss dieses System stehen. Dazu ist es verpflichtet. Das legitimiert ganz stark dieses System. Wie bitte? Ich habe ein Problem mit pauschalen Aussagen. Also das... Ne, Fragen kommen gleich. Wir sind gleich drin. Ich versuche gerade die Frage zu... Gut. Genau. Ich habe nicht gesagt, dass es nie ein Ergebnis einer investigativen Recherche gab. Das wäre ja lächerlich. Ich bleibe aber dabei. Sind Sie denn zufrieden mit dem, was hinten rauskommt? Jetzt sage ich mal, man kann nie zufrieden sein. Und in diesen Zeiten ist Recherche und investigative Recherche und qualitativ gute Recherche Leistung wichtiger denn je. Aber es gibt in allen Häusern, kann das zum Beispiel für den Mitteldeutschen Rundfunk sagen, natürlich im Moment das Nachdenken darüber, wie können wir unsere Recherchekapazitäten stärken? Wie machen wir unseren Recherchebereich stärker? Wie tun wir mehr, dass tatsächlich im Hintergrund sauber recherchiert wird und dass die Dinge, die wir reflektieren, egal ob das in den Nachrichten ist, ob das in den Reportagen ist, in den Dokumentationen, bis hin zum fiktionalen Bereich, da hat er es ja gerade gesagt, wir müssen das über alle Genre nutzen, Recherche Leistung. Und dafür muss das System stehen. Mein Verdacht ist einfach, dass die Tatsache aber nicht nur auf handwerkliche oder professionelle Mängel sich zurückführen lässt, sondern ich frage mich und damit versuche ich das Thema zu erweitern, ich frage mich, ob das nicht auch mit einer gewissen Furcht zusammenhängt. Ich greife das Stichwort von Frau Rösner auf Staatsferne, ob einfach die Sorge, man könne Leute auf den Fuß treten, nicht bei Öffentlich-Rechtlichen deutlich stärker ausgeprägt ist als bei, nicht im Bereich Wirtschaftsverflechtung, sondern Politik, deutlich stärker ausgeprägt ist als bei einigen kommerziellen Medien. Kann ich persönlich nicht nachvollziehen, den Vorwurf, klar gab es Panama Papers, wir erinnern uns an den Film zu den Waffenexporten, was sozusagen dieser Film alles ausgelöst hat im politischen Bereich, an konkreten Fragen, was findet eigentlich hier in Deutschland statt, bis hin zu gesetzgeberischen Aktivitäten, die ihm dann gefolgt sind und das war im öffentlich-rechtlichen System. Ich kann mich an eine gemeinsame Veranstaltung mit Herrn Harig erinnern, wo er gesagt hat, toll, dass es im öffentlich-rechtlichen System möglich ist. Und wie gesagt, Panama Papers war ja auch ein Beispiel, der Doping-Skandal in den Sportbereichen. Es gibt so viele Beispiele, dass es nicht genug ist, völlig klar, aber dass die Leute Angst haben, politische Sachverhalte nicht zu hinterfragen, nicht zu recherchieren, das würde ich jetzt pauschal, kann ich mir ja sozusagen in dieser Pauschalität jedenfalls nicht vorstellen. Ich habe es auch nicht ganz pauschal, ich habe es schon gar nicht als Vorwurf formuliert, ich habe es als Frage formuliert und ich wollte damit keinen verallgemeinerten Satz formulieren, sondern ich stelle fest, in der Tagesschau wird häufiger gesagt, Informationen der Süddeutschen zufolge, als nach Informationen des ZDF. Jetzt möchte Professor Biebert dazu sagen. Nur noch ein Satz zu dem, was in der Tagesschau gesagt wird. In der Tagesschau wird gesagt, nach Informationen, Recherche, verbunden Süddeutsche, WDR, NDR. In diesem Fall jetzt gerade, das war dann gerade letzte Woche ja. Genau, dann kann man darüber diskutieren, ob es sozusagen nicht besser wäre, wenn das Ganze lauten würde, nach Recherchen aller ARD anstalten oder nach gemeinsamen Recherchen mit dem ZDF. Es ist ein Verbund, der eine Menge zutage gefördert hat. Ich glaube, es tut uns beiden gut, den Zeitungen und uns. Wir sind aber im Moment in der ARD dabei, darüber nachzudenken, wie wir die Recherchepotenziale, die wir insgesamt in der ARD haben, stärker zusammenzuführen und noch besser zusammenzuarbeiten. Fragt sich nur, wie diskriminierungsfrei dieser Rechercheverbund ist. Erst bitte, da wollte ich auch gleich danach fragen, aber ich wollte jetzt erst Professor Biber zu Wort kommen. Ja, das wäre auch der Punkt gewesen, auf den ich angesprochen hätte. Also, dass da Süddeutsche häufiger zu hören ist, liegt sicherlich an diesem Rechercheverbund. Aber die Struktur und die Konstruktion dieses Verbundes ist eine, die man durchaus auch im Rundfunkrat kritisch betrachtet, insbesondere dann, wenn man versucht, ein bisschen mehr über die konkreten Vertragskonstellationen herauszufinden. Die Verträge müssen erst jetzt, im WDR zumindest, nach dem neuen WDR-Gesetz vorgelegt werden. Aber reinschauen können wir an dieser Stelle auch nicht. Der Verweis ist dann, naja, es ist ja ein Verbund, also da gibt es mehrere, die zahlen. Wir zahlen auch was, das, was wir zahlen, sagen wir euch auch, aber das, was die anderen tun, das jetzt an dieser Stelle nicht. Da ist es natürlich schon so, dass man Transparenzfragen stellen muss, stellen soll, was auch passiert und die werden tatsächlich dann auch nur in Teilen beantwortet. Die Begründungen sind dann ähnlich, also nicht nur bei diesen Verträgen, auch bei anderen ist man sehr schnell dabei, aus Sicht der Sender dann zu sagen, naja, also das können wir jetzt aber hier nicht öffentlicher machen, denn dann begeben wir uns in eine schlechte Verhandlungsposition. Also Sportrechte wäre so ein Aspekt dann, oder wenn es darum geht, die Dienste sich eines besonders prominenten und gerne gesehenen Moderators oder einer Moderatorin zu sichern, ist das das Muster dann zu sagen, also das können wir jetzt nicht öffentlicher machen, denn dann sind die weg. In dem Moment, wenn wir... Sie sprechen davon, dass zum Beispiel auch eben an Produktionsfirmen Fremdvergabe von Talkshows stattfindet. Naja, also das ist eine sicherlich über Jahre, Jahrzehnte sich entwickelte Praxis. Häufig sind das ja auch Eigengewächse aus den Sendern, die dann zu teuer werden für die internen Payrolls und dann folgt eben der Exit in die Produktionswirtschaft und das führt zu einer, oder es ist eine Entwicklung, die zu kritisieren ist auf jeden Fall. Also das redaktionelle Hoheit wird ausgelagert oder zumindest anteilig nur noch gestaltet in der Vorbereitung der Sendung, Gästeauswahl, Themen und so weiter. Und natürlich hat das eben auch einen finanziellen Hintergrund, klar. Aber wir waren ja bei der Recherche und diese... Ich habe gerade ein Beispiel genannt. Die Diskriminierungsfreiheit ist in der Tat ein Punkt, über den man da an dieser Stelle sprechen muss, ob es eben nicht produktiver ist, tatsächlich auch in anderen Fällen Kooperationen einzugehen und sich jetzt eben nicht zu exklusiv auf die Leistungen dieser spezifischen Partnerschaft zu verlassen. Dazu kann Herr Mayer sicherlich was sagen. Ja, sicherlich. Also die Frage habe ich gerade gestellt, wie diskriminierungsfrei ist das? Sie haben gesagt, das ist schon alles geprüft. Aber natürlich fragt man sich dann als Journalist einer anderen Zeitung, wie solche Verträge zustande kommen, wie die ausgestaltet sind, die Fragen, die Herr Biber eben genannt hat. Also ich habe da genauso wenig Einblick, aber das erscheint mir doch zumindest eine relativ fragwürdige Konstruktion. Aber ich würde gern auf das eingehen, was Sie gesagt haben, Frau Wille. Können Sie das schon näher sagen, wie das aussehen soll, wenn so eine gemeinsame ARD-Recherche-Einheit zugange ist? Also gibt es da konkretere Ideen? Also Sie haben das als Defizit erkannt, das, was Frau Gauss auch bemerkt hat. Wir müssen stärker als Öffentlich-Rechtliche den Zuschauern zeigen, dass wir investigativ unterwegs sind. Das ist ein Defizit. Das würden Sie so sagen, wenn ich eine Frage, eine Co-Frage stellen darf? Sehr, sehr gerne. Wir sind ja im Moment dabei. Wir sind in intensiven Diskussionen, die wir noch arbeitsteiliger generell in der ARD-Zusammenarbeitung auf den unterschiedlichsten Feldern und ob das in den Grossmedialen Korrespondentenstudios sind, im Hauptstadtstudio, überall denken wir darüber nach, intensiver zusammenzuarbeiten und das ist ein Feld. Wenn Sie mich heute nach der Konzeption fragen, muss ich Sie leider enttäuschen. Wenn wir in einem Jahr wieder reden, erzähle ich Ihnen, wie es konkret aussieht. Jetzt möchte ich allerdings wirklich Frau Rösner zu Wort kommen lassen, auch zu diesem Thema und es nochmal verbinden mit der Erinnerung daran, dass Sie ja diejenige waren, die sich besonders stark und erfolgreich für ein Normenkontrollverfahren und eine Änderung des Staatsvertrages seinerzeit eingesetzt hat, als der Vertrag des damaligen ZDF-Chefredakteurs Nikolaus Brenner auf den Druck der CDU hin nicht verlängert wurde. Wenn wir jetzt immer über Geld reden und über die Frage, wer finanziert was und aus welchen Mitteln, dann hat Staatsferne damit ja was zu tun. Sie haben also Staatsferne des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, war für Sie immer eine Kernforderung. Ist das besser geworden aus Ihrer Sicht? Also jetzt ist es ja auch als Gebot im Staatsvertrag festgeschrieben. Ist das öffentlich-rechtliche System inzwischen staatsfern genug? Also es ist staatsferner als vorher, das würde ich schon sagen. Ob es staatsfern genug ist, das ist die große Frage, weil ja die Staatskanzleien immer noch sehr maßgeblich daran beteiligt sind. Also es gibt eine quantitative Beschränkung der sogenannten Staatssphäre, wozu halt alle möglichen zählen, also Regierungsvertreter, politische Parteien eben auch oder der Gemeinde- und Städtebund oder die kommunalen Vertreter. Das heißt also, da gibt es eine Reduktion auf ein Drittel. Das ist sicherlich besser, weil das ja nicht überall der Fall war oder in den meisten eben gar nicht der Fall war. Ich hätte mir aber natürlich eine andere Ausgestaltung gewünscht, weil gerade beim ZDF natürlich die Regierungsvertreter, also die Staatskanzleien immer noch vertreten sind, aber die politischen Parteien zum Beispiel draußen sind. Und wenn man staatsferne definiert, heißt es ja nicht gleichzeitig Politikferne, sondern es geht ja auch darum, eine möglichst vielfältige, und das hat das Bundesverfassungsgericht ja auch gesagt, auch die Parteienlandschaft, auch kleine Parteien sollen dort in den Gremien zu finden sein, weil sie ja wichtig sind auch für einen Meinungsbildungsprozess. Und da ist zum Beispiel das ZDF leider nicht so weit gegangen. Das hätte man anders machen können. Ich habe auch einen Vorschlag damals gemacht, der hat leider keinen Widerhall gefunden. Und einige Rundfunkstaatsverträge müssen noch überarbeitet werden. Gerade der MDR hat da, glaube ich, noch Nachholbedarf. Da ist die Drittelquote noch nicht erfüllt. Da ist noch ein bisschen mehr. Und von daher, glaube ich, hat sich an dieser Quantitativen schon was geändert. Und die Frage ist halt, wir haben das System, dass wir gesellschaftliche Gruppen als Kontroll-, also als Vertreter der Gesellschaft in diesen Kontrollgremien haben, in der Aufsicht. Und da ist natürlich immer die Diskussion, wer bildet denn eigentlich die Gesellschaft bestmöglich ab und findet das so statt. Und es gab ja vorhin auch die Diskussion über die Frage, ja, ich als Zuschauerin, Zuschauer, wie habe ich denn eigentlich die Möglichkeit, mich einzubringen? Und ich weiß, es gab in der Vergangenheit Plätze, die frei gehalten wurden, wo eben gesellschaftliche Vertreter aus der Bewegung, Sie hatten das mal vorgestellt, beim MDR, dass aus der Bürgerbewegung der DDR damals Leute abgesandt werden. So was finde ich einen ganz spannenden Aspekt. Oder zum Beispiel eine öffentliche Ausschreibung, wie Herr Prima reingekommen ist. Das finde ich ganz spannend. Aber wir haben uns nun mal zu diesem System entschieden. Und da ist die Frage, ist das heute noch, ist das heute noch, ja, ist das noch zukunftsfähig? Es gibt andere öffentlich-rechtliche. Da sind wir einen ganz kurzen Schritt vor dem zweiten Komplex. Die Frage ist ja, wie modern sind die aufgestellt? Also gerade wenn wir Digitalisierung im Blick haben, das kommt in der zweiten Runde, da muss man eben auch Leute haben, die sich mit der digitalen Welt auch auskennen. Ich würde das aber wirklich gerne auf einen Moment zurückstellen. Wir hatten wenig jugendliche Vertreter beispielsweise in den Gremien. Das ist auch noch nicht so richtig besser geworden. Also das ist ja auch der aktuelle Zustand. Ja, und Radio Bremen hat Schlagzeilen damit gemacht, dass sie 2012 zum allerersten Mal einen Muslim in einem Gremium hatten. Auch das finde ich bei der Zusammensetzung erstaunlich. Aber da merkt man auch die Befindlichkeiten. Ich würde trotzdem gerne an dieser Stelle, weil ich so einen Blick auf die Uhr habe, und weil ein Aspekt mir noch, weil ich den gerne noch besprechen möchte in diesem ersten Blog, bevor ich es dann eben ins Publikum gebe. Also es geht ja bei Kritik am öffentlich-rechtlichen System im Kern immer um zwei Dinge und 27 Abweichungen davon. Einmal ums Geld, darüber haben wir geredet. Und das zweite über das Thema Glaubwürdigkeit. Da geht es nicht nur beim Öffentlich-Rechtlichen drum, da geht es generell bei Medien drum. Also jetzt würde ich gerne über Glaubwürdigkeit bzw. möglicherweise über Glaubwürdigkeitsverlust reden. Professor Biber, es gibt ungezählte Studien über die Frage, wie glaubwürdig sind Medien, wie glaubwürdig ist öffentlich-rechtlich. Im Besonderen, es gibt auch Studien, die sagen, die Akzeptanz öffentlich-rechtlicher Medien sinkt. Sehen Sie das auch so und worauf führen Sie es zurück, falls Sie das so sehen? Das ist auch wieder eine sehr globale Frage, wo man an vielen verschiedenen Punkten einsteigen kann. Heute Nachmittag wurden Studien zitiert, die die Glaubwürdigkeit der deutschen Medien, insbesondere der öffentlich-rechtlichen, im internationalen Vergleich noch für sehr hoch ansehen. Das würde ich sagen, ist durchaus ein Effekt nach wie vor des Supertankers öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der tatsächlich da die Messlatte sehr hoch legt, eben auch für die anderen Medienanbieter, die es im dualen Rundfunksystem eben gibt. Das heißt, ich kann nicht so ohne weiteres irgendwas berichten. Damit komme ich nicht besonders weit. Also insofern gibt es, glaube ich, schon durchaus einen Wettbewerb um Qualität, was sicherlich dazu beiträgt, dass es noch ein gutes Stück Vertrauen in die öffentlich-rechtlichen und auch die anderen Qualitätsmedien in Deutschland gibt. Zweite Phase, zweiter Block. Im Zuge des Medienwandels informieren sich natürlich nicht mehr so viele Menschen über diese etablierten alten Traditions-, auf Distributionen ausgerichteten Medien, sondern verwenden andere Quellen. Und dadurch resultiert tatsächlich dann ein Effekt, der zur Abkehr der Qualitätsangebote führt und dann auch tatsächlich bei uns die Glaubwürdigkeitswerte eben entsprechend sinken. So, das ist der Punkt, an dem wir sind. Die Frage ist, wie verhält man sich jetzt an dieser Stelle als öffentlich-rechtlicher? Ich meine, das ist an verschiedenen Stellen schon gesagt und da sind wir oder auch ich nicht die Richtigen, die hier oben sitzen, vielleicht doch Herr Mayer schon, wenn es darum geht, Medien zu machen, Inhalte zu machen und dafür bestimmte Standards zu fordern, die eben einzuhalten sind, um tatsächlich eine hohe Qualität zu erreichen, aus der dann wieder so etwas wie Glaubwürdigkeit ist. Warum sind Sie da nicht die Richtigen? Eine Intendantin, eine medienpolitische Politikerin und ein Rundfunkrat? Erstmal, ja, Medienmacher, ja. Rundfunkräte und Sendeanstalten, das sind zwei verschiedene Dinge. Die haben auch unterschiedliche Aufgaben. Qualitätssicherung gehört schon auch zu den Aufgaben des Rundfunkrats, ne? So gut es geht, kontrollieren und begleiten und beraten die Räte, die Prozesse, die im Sender ablaufen. Aber Sie schreiben Ihnen nicht vor, das habt Ihr jetzt so oder so zu machen. Also das ist ja durchaus auch Unabhängigkeit, die garantiert werden soll durch dieses ganze Konstrukt, so wie es Frau Rösner ja auch beschrieben hat. Das ist relativ komplex. Ich kann jetzt hier noch irgendwie länger reden, darum geht es aber gar nicht. Ich bin überrascht, ich hätte gedacht, was er sagt, müsste Sie doch eigentlich freuen. Sie gucken aber gar nicht so glücklich. Ich würde gerne versuchen, das ein Stück zu ergänzen und aus meiner Sicht noch ein Stück differenzierter zu betrachten. Die Langzeitbetrachtung, und das hatten Sie ja auch gesagt, zeigt vom Grundsatz her erstmal, dass die Glaubwürdigkeitswerte durchaus stabil geblieben sind. Wir sind erstmal nicht unsere eigenen Untersuchungen, nehmen wir jetzt mal Universität Mainz, die aktuellste, die ich kenne, da sind wir sozusagen irgendwo bei zwei Drittel, ein Drittel. Ein Drittel sagt nein, zwei Drittel sagt ja. Was interessant ist, dass in diesen Zeiten sogar das Vertrauen in öffentlich-rechtliche Medien, in Tageszeitungen sogar, in Teilen wächst. Dass die Menschen in den USA die New York Times wieder mehr kaufen als vorher, das hat Ursachen. Die Leute suchen Antworten auf ihre Fragen. So kann man das sicherlich erklären. Was mich eher beunruhigt, ist die Tatsache, dass es A, dieses Drittel ist, und dass es bei diesem Drittel ist ja nicht wenig in einer Gesellschaft, und dass die Untersuchungen zumindest bei der Universität Mainz gezeigt haben über die letzten Jahre, dass der Kreis, der klar sagt, nein, ich glaube nicht mehr, dass der steigt. Und da muss uns sozusagen auch dieses Drittel beschäftigen. Die Frage ist, gibt es dieses Gift, was ja teilweise auch durch rechtspopulistische Parteien gestreut werden, die wo ganz stark auch die Medien im Fokus sind, da muss man aufpassen. Und deswegen ist es so wichtig, was zahlt alles auf Glaubwürdigkeit ein, was müssen wir tun? Dass Qualität die erste und die beste Antwort ist, ich glaube, da sind wir uns einig im Raum. Aber ich glaube, dazu muss man eben wirklich drüber nachdenken, was heißt Qualität. Dass wir dran sind an der Wirklichkeit der Menschen. Dass wir die Dinge, die die Menschen bewegen, dass sie sich reflektieren. Dass unser Blick ein Blick ist in alle Richtungen. Nicht manchmal nur in eine Richtung, sondern wir müssen die Breite der Dinge reflektieren. Und ich glaube, dass es dazu kommt, dass die Menschen das Gefühl haben müssen, dass uns auch ihre Meinung wichtig ist. Und dass wir Dialog suchen. Und dass wir auch dort in dem Bereich unterwegs sind, wo wir Ablehnung spüren. Weil das ist schon ein Thema, was uns alle beschäftigen muss. Wenn sozusagen dieses Drittel sich so verfestigt und die Ablehnung wächst und wenn der Bereich größer wird, dann haben wir ein Problem. Dann ist das eine Frage der demokratischen Binde und schaffen wir das tatsächlich. Und deswegen sind wir wieder bei Grundfragen der Demokratie. Das war eine Ausgangspunkt. Ja, also ich glaube, es gibt in der Tat ziemlich viele Umfragen und eigentlich sagen alle, da wächst was, die Ablehnung. Aber es ist im Vergleich in der Tat bei der Republika, dieser Digitalkonferenz, gerade war eine Studie vom Reuters-Institut in England zu sehen, wo Deutschland immer noch im Vergleich sehr gut abgeschnitten hat. Aber was einem natürlich Sorgen machen muss, und da sitzen wir ja alle in einem Boot, ist, dass es eine doch signifikante Gruppe von Menschen gibt, die das halt einfach grundlegend ablehnen und den Medien, den Medien, so schwer diese Verallgemeinung auch fallen mag, zunehmend nicht mehr traut. Und das ist schlecht. Aber Frau Wille, was Sie gerade gesagt haben, das würde wahrscheinlich jeder unterschreiben. Sie haben das, glaube ich, auch zu Ihrem Amtsantritt ziemlich deutlich gesagt, ob sich da mittlerweile so viel getan hat in der ARD. Nee, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Da gibt es einige Vorstöße, so Townhall-Veranstaltungen, aber sozusagen die Leute mitzunehmen dahingehend, wo das auch die Ablehnung abzubilden. Ja, da gab es neulich die Dokumentation von Stefan Lambi, das wäre so ein Beispiel. Aber das sind natürlich so Leuchtturm-Geschichten. Ich glaube, dass es noch nicht selbstverständlich geworden ist, es ist schwer, auch natürlich für jeden Medienmacher schwer, das wirklich abzubilden und sagen, wir sind jetzt die Stimme des Volkes. Ja, aber da müssen wir alle, glaube ich, umdenken. Aber das sind erst mal nach wie vor, denke ich, auch auf Seiten der ARD Absichtserklärungen, die zu begrüßen sind, aber wo man sozusagen eine Konsequenz noch nicht so richtig erkennen kann. Also ich sehe sie jetzt zumindest nicht am Programm. Ich habe jetzt ein Problem. Ich würde jetzt sehr gerne ins Publikum geben. Und ich habe gesehen, dass sowohl Frau Rösner als auch Herr Professor Biber gerne noch was gesagt hätten. Okay. Ganz kurz. Es sind zwei Sachen. Da merkt man, dass die Öffentlich-Rechtlichen natürlich auch ein Tanker sind, der sich nur schwer bewegt, also eine neue Kritikkultur zum Beispiel zu etablieren. tatsächlich auf Zuschauerinnen und Zuschauer einzugehen. Das ist, glaube ich, etwas, was man auch erst lernen muss und wo man eine Kultur entwickeln muss. Das ist das eine. Das andere, da geht es um das Drittel, das aber in der gefühlten Wahrheit oder in der gefühlten Mehrheit die Akzeptanz infrage stellt. Und da habe ich, ehrlich gesagt, große Probleme mit, wenn ich das Gefühl habe, dass selbst die Politik, obwohl sie es eigentlich besser wissen müsste, sich von solchen Stimmungen ein Stück weit mitgenommen fühlte. Das war mir wichtig, noch mal zu sagen, weil danach richtet sich ja dann auch die Gestaltung eines zukünftigen Öffentlich-Rechtlichen. Und wenn von vornherein die Sorge da ist, ja, der Öffentlich-Rechtliche steht so in der Kritik und die Akzeptanz ist nicht da und deshalb haben wir auch diese Schere im Kopf, was zum Beispiel den Beitrag angeht und so weiter, dann finde ich, ist das nicht gut für dieses System. Und jetzt will ich nicht ungerecht sein. Ja, danke. Ich fand den Hinweis auf die USA und die dort scheinbar steigende Nachfrage nach Qualitätsjournalismus sehr, sehr interessant, weil sie verdeutlicht, es findet gerade ein Kampf um Öffentlichkeit statt. Ich würde auch nicht sagen, dass das zwingend nur eine Flucht der Bürger in Richtung Qualität ist, sondern es ist, ja, das ist Aktivismus. Da geht es gar nicht so sehr darum, dass es ein Qualitätsmedium ist, sondern da geht es darum, dass es ein liberales Medium ist, das anders aufgestellt ist als diejenigen auf der anderen Seite, die in der Pro-Trump-Abteilung unterwegs sind. Und genau diese Spaltung, also Polarisierung des Mediensystems, wie wir sie in den USA sehen, wo es durchaus Zugewinne gibt, am einen Ende des Spektrums, als unmittelbare Reaktion auf das, was politisch passiert, das gilt es zu vermeiden. Und deshalb ist dieses eine Drittel, das hinterfragt keine Glaubwürdigkeit mehr in Richtung des öffentlich-rechtlichen Mediensystems oder des dualen Rundfunksystems mehr hegt, das ist eine mögliche Bruchstelle. Wenn hier aufgekündigt wird, so eine Art Konsens über eine demokratische Öffentlichkeit, die aus der Konstruktion des dualen Rundfunksystems heraus resultiert, dann ist das der Bruchpunkt, an dem es auch bei uns zu einer stärkeren Polarisierung in der Medienlandschaft kommen kann. Und an dieser Stelle braucht es eben den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, um genau das zu verhindern. Insofern muss er möglichst inklusiv sein und sich genau um dieses eine Drittel auch kümmern. Gibt es im Publikum dazu jubelnde Zustimmung, Abscheu und Empörung oder auch zu einem der anderen Themen, die wir im Laufe der letzten Stunde jetzt diskutiert haben? Ich glaube, Sie hatten, dürfte ich Sie bitten, sich ans Mikrofon zu begeben? Das steht hinter Ihnen. Und das, was Sie eben mit Inklusivität genannt haben gerade, fand ich sehr interessant. Nur die Frage ist, sind die Institutionen, die öffentlich-rechtlichen Institutionen, damit auch der Politikeinfluss, ist der auch dazu bereit? Ich erinnere mich in den 70er-Jahren, das war auch ein Gründungsimpuls der Taz zum Beispiel, auch der Grünen, wo Politik und Partizipation und Transparenz immer misstreuig beäugt wurde von den Institutionen, von den gesellschaftlich etablierten Gruppen. und nämlich immer, wenn überhaupt Partizipation, dann geht es nur darum, A, es darf nicht angetastet werden, Verwaltungs- und Politik-Effizienz und Berechenbarkeit. Und alles, was irgendwo lose, da unquirlig ist, wie Jugend, deswegen auch die lange Diskussion um Jugendkanal, da stecken noch die Erfahrungen drin in den 70er-Jahren, wo Formate wie Radiothek oder in Baden-Württemberg und so weiter, und das wollte ich mal speziell an unsere Intendantin fragen, wie hat sich das verändert in den Gremien, also auf Intendanten oder auf der höheren Ebene, ob diese vermeintliche Angst immer noch da ist, am Beispiel der Diskussion um Jugendkanal, ZDF oder Ähnliches. Vielen Dank. Also wir sammeln ein bisschen, ich habe aber mitgeschrieben und ich weiß auch, an wen die Frage ging. Herr Legrun. Ich möchte gerne kurz aufgreifen, diese Frage Vertrauen, Glaubwürdigkeit und auch die zitierte Studie von Quering aus Mainz. Wir, die Otto Prenderstiftung, macht auch gerade eine Studie und die wird die Ergebnisse in großen Teilen bestätigen können. Aber das ist nicht Entwarnung. Es gibt eine Radikalisierung und eine Polarisierung, also quasi französische Verhältnisse. Zwei Drittel trauen den Medien und ein Drittel, auch das ist eine wachsende Zahl, lehnen sie ab. Also eine Polarisierung, das, was wir auch in gesellschaftlichen Fragen haben, Polarisierung und das Entscheidende, eine Radikalisierung. Auch bei denjenigen, die an diesen Fragen teilnehmen, mit dem Hinweis, da muss man genauer hinschauen, was das bedeutet über die Frage Altersstruktur, Einkommensstruktur, da wird man nämlich feststellen, dass bei diesem Drittel, die mit öffentlichen rechtlichen Rundfunken nichts mehr zu tun haben wollen, sehr, sehr viele Jugendliche sind. Die wird man, vermute ich, nicht wieder zurückgewinnen als Ergänzung zu dem, was eben ausgeführt worden ist. Ich verstehe Sie recht, dass das eine Ergänzung ist und jetzt keine Frage an jemanden. Keine Frage, nein, eine Ergänzung und ein Hinweis auf die Studie, die irgendwann kommt. Ich habe eine Frage oder eine Bitte besser gesagt an Herrn Meier, was diesen Rechercheverbund Norddeutscher Rundfunk, Westdeutscher Rundfunk, Süddeutsche Zeitung anbetrifft. Ich finde, es mag interessant sein zu wissen, was Maskolo verdient. Das ist für mich aber nicht die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist, ob wir als Gebührenbezahler sozusagen einen Rechercheverbund mitfinanzieren, der privatwirtschaftlich organisiert ist. Das ist eine Verquickung öffentlich-rechtlicher Rundfunk mit privatwirtschaftlich organisierten Zeitungen. Das ist der entscheidende Punkt. Vielen Dank. Da, finde ich, müssten Sie etwas deutlicher und könnten Sie auch etwas deutlicher nochmal werden als das, was Sie eben dazu gesagt haben. Vielen Dank. Letzte Punkt. Noch eine kurze Frage, eine kurze Frage, weil das greift das auf, was Frau Rössner eben gesagt hat. Ich habe die Erfahrung, dass unsere Studien, die in kritischer Sympathie und Unterstützung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk fast durch die Bank gemacht werden, bei Teilen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vollkommene Ablehnung, finden, also keine Fehlerkultur, keine Kultur, kritisch mit Anregungen umzugehen, sondern Abschattungspolitik zu machen, sofort sich angegriffen fühlen, wenn eine Studie veröffentlicht wird und nicht mehr dialogfähig zu sein. Was kann man tun, um sozusagen diese Fähigkeit zur Selbstkritik im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu steigern? Das waren jetzt in der Tat aber sehr umfassende Fragen. Ich garantiere Ihnen da jetzt keine umfassenden Antworten von allen. Es gibt ja noch eine Reihe von Wortmeldungen. Sie waren der Nächste. Hallo, Alexander Könitz, mein Name. Ich muss zugeben, ich war schon ein bisschen verärgert von der Diskussion, weil ich finde, sie greift zu kurz und sie ist reißlich oberflächlich. Sie fängt schon mal damit an, dass wir über die inhaltliche Qualität des Hauptprogramms diskutieren, bei einem Vergleich mit NTV. Vielleicht hätte man sich Tagesschau 24 anschauen können, um fair zu diskutieren in einer Art und Weise. Das andere ist, der Begriff... Sie beziehen sich jetzt auf die Frankreich-Berichterstattung. Genau. Das andere ist die Frage der Legitimation. Und wenn eine Frau Kopetri von der AfD kommt und als Rechtspopulistin, die bekanntlich eine Nachfrage, scheinbar nachfrageorientierte Politik machen wollen und die den Rundfunkbeitrag wiederholt thematisieren, dann scheint es ein Legitimationsdefizit zu geben, meiner Meinung nach, bei Teilen der Bevölkerung, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu bezahlen. Deshalb sollte man das ernst nehmen. Und deshalb sollte man auch ernst nehmen, dass irgendetwas mit dem Feedback, was dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk gegeben werden kann, nicht stimmt. Und das hat etwas mit der Struktur zu tun, mit der Gremienstruktur, die sehr weit entfernt davon ist, von dem, was die Zuschauer erstens wahrnehmen und was die Zuschauer mitbestimmen können. Im Grunde genommen kann man nämlich sagen, es gibt keinerlei Wahlfreiheit. Es gibt keinerlei Wahlfreiheit für die Zuschauer, zu sagen, ich möchte gerne das haben oder das haben, außer die Fernbedienung, aber das öffentlich-rechtliche System wird finanziert. Und da würde ich doch mal plädieren dafür, sich mal mehr Gedanken darüber zu machen, wie man mehr Wahlfreiheit im öffentlich-rechtlichen System für die Zuschauer implementieren kann. Wie kann man dafür sorgen, dass die Leute das Gefühl dafür bekommen, die Wahl zu haben, zum Beispiel, welche öffentlich-rechtlichen Inhalte oder Anstalten sie beispielsweise unterstützen wollen. Okay, vielen Dank. Ich sehe jetzt noch drei Wortmeldungen und würde dann gerne zur Beantwortung wieder zurückgeben aufs Podium und dann reden wir endlich über Internet. Das soll jetzt hier keine Neiddebatte sein, aber ich möchte noch was ansprechen zur Verquickung. Also wir kennen ja alle Steffen Seibert, er war ZDF-Moderator heute, dann war er Regierung, er ist Regierung, und er hat, glaube ich, lebenslanges Rückkehrrecht zum ZDF. Das ist so ein Punkt, der mich so stört. Der zweite Punkt, es ist nicht... Was stört Sie daran? Mich stört daran, diese... Ich komme zum zweiten Punkt, weshalb ich kein Fernsehen mehr habe. Also ich habe kein Fernsehen und auch kein Radio und auch sonst keine Internet-empfangsmäßigen Smartphones, bin aber trotzdem verpflichtet, den GZ-Beitrag zu bezahlen, was mich auch stört, weil ich fühle mich dadurch betrogen und abgezockt. Denn die öffentlichen Bibliotheken, die ich benutze, die bezahlen ja schon für sich aus meinen Beitrag, da muss ich ja nicht noch extra... Da fühle ich mich betrogen. Da finde ich auch, das ist ein Volksbetrug. Und jetzt noch mal was, warum ich kein Fernsehen und Radio mehr habe, weil mich das Programm auch irgendwann gelangweilt hat, immer die alten Nasen zu sehen. Also die alten Nasen und, was er auch gesagt hat, die alte Programmstruktur. Aber es verändert sich irgendwie nicht. Es ist irgendwie so, es wird einfach irgendwann langweilig. Die Talkshow-Formate und das alles, das ist alles eine Struktur. Und diese, deshalb habe ich das Beispiel genannt mit Steffen Seibert, diese ungerechte Verquickung, die Privilegien, das hat so ein bisschen was Ständisches und was Politbüro-mäßiges. Und der GZ-Beitrag ist ein ganz großer Volksbetrug und das hat auch was sehr DDR-mäßiges. Und das möchte ich auch noch mal kritisieren. Okay, vielen Dank. Es tut mir leid, es kommen jetzt noch mehr Wortmeldungen, aber ich habe einfach einen Blick auf die Uhr. Wir haben noch einen weiteren Diskussionsblock und dann könnten Sie ja vielleicht das sagen. Jetzt darf ich Sie bitten. Frau Mertens, Lesben- und Schwulenverband. Ich habe eine Frage. Hängt die Akzeptanz von öffentlich-rechtlichen Medien vielleicht auch damit zusammen, wie sehr sie die gesellschaftliche Realitäten, gesellschaftliche Vielfalt abbilden, einmal in ihren Formaten und einmal natürlich auch in Rundfunk und Medien reden. Eine Frage ans Podium. Wen genau möchten, von wem genau wünschen Sie sich eine Antwort? Ich wünsche mir eine Antwort von Professor Wille. Zu Vertrauen und Glaubwürdigkeit möchte ich noch mal was sagen. Die GfK führt, ich glaube, alle zwei Jahre die Global Trust Studie durch. Da wird dann gefragt, wie viel Vertrauen haben Sie in die Regierung, politische Parteien, die Währung, in Unternehmen, ins Militär und so weiter und so weiter. Da frage ich mich. Geht es um das Selbe? Also was ist eigentlich genau damit gemeint? Also ich verstehe schon, dass es so einen relativen Hinweis gibt. Nur in Bezug auf öffentlich-rechtliche Medien halte ich, also wenn Vertrauen und Glauben heißt, ich habe gewählt und gucke jetzt vier Jahre nicht mehr so genau hin, weil ich vertraue denen, ist das glaube ich nicht das, was wir für die Demokratie brauchen. Journalisten sollten natürlich tunlichst nicht allem glauben, was Politiker ihnen erzählen, sondern nachfragen. Also eigentlich sind das doch Werte, die hier völlig fehl am Platze sind, sondern was wir wollen, ist ein kritisches Publikum, was kritisch nachfragt, auch was die Medien ihnen präsentieren und als Leitwert, nur so als Idee, solange man immer nach Vertrauen und Glaubwürdigkeit sucht, dann bekommt man das entsprechende Feedback. Kritikfähigkeit ist ein zentrales Element, was in Medienkompetenz gelehrt werden soll. Vielleicht wäre das ein besseres operatives Keyword, um dann auch entsprechend nach kritikfähigem Publikum zu suchen. Danke. Ich darf auch noch kurz, wir hatten heute Nachmittag verschiedene spannende Diskussionen, die sich darum gedreht haben, dass Medienbefassung so ein Spezialistenthema ist. Das hat so ein Image von Spezialistenwissen. Dabei ist das, was Öffentlich-Rechtliche sollen und wollen und weshalb wir das als Böll-Stiftung hier natürlich auch anfassen, eine Menge damit zu tun, dass wir von dieser Idee einer Infrastruktur für eine liberale Öffentlichkeit ausgehen. Und dass das der Punkt ist, weshalb wir das System eigentlich genial finden. Also diese Spezialisten-Ding in Verbindung damit, wie essentiell wir das eigentlich wertschätzen, kommt mir sehr komisch vor, war heute Nachmittag in verschiedenen Punkten Teil der Debatte und einen Lösungsvorschlägen und dazu würde ich wahnsinnig gern mal was von Ihnen hören. Aber dann kommen wir vielleicht... Eine Idee war eben, man muss im Grunde ja darüber diskutieren, wie man die Öffentlich-Rechtlichen haben will. Ja, das wäre, du hast vorhin gesagt, Habeja, dass zu den Zeiten, als die Gebührenumstellung stattgefunden hat, da die Reihenfolge irgendwie die falsche war beziehungsweise die ganze Diskussion unterblieben ist. Aber das wäre doch mal richtig spannend, das könnten die Öffentlich-Rechtlichen hervorragend machen und übrigens, das war auch ein spannender Punkt in der Diskussion heute Nachmittag, könnten sich da die Privaten hervorragend daran beteiligen, denn es gibt jede Menge falscher Konfliktfelder sozusagen, also das Mediensterben zum Beispiel oder der Niedergang von Medien und so weiter betrifft alle gemeinsam und manchmal hat man den Eindruck, es gibt da ein Hickhack an Stellen, wo das große Ganze ein bisschen aus den Augen gerät, aus erkennbaren Gründen und so weiter, aber diese Diskussion darum, in welcher Medienlandschaft wollen wir leben, welche Medienlandschaft brauchen wir und welche Öffentlich-Rechtlichen wollen wir dann auch finanzieren. Vielen Dank für diesen Input und einige der Beiträge waren ja mehr Statements und andere waren Fragen, also ich habe jetzt so mitgeschrieben, Frau Dr. Wille, an Sie gingen zwei sehr konkrete Fragen, nämlich erstens, die allererste Frage, Partizipation wird aus Sicht des Fragestellers häufig misstrauisch beäugt bei Öffentlichkeit, ist das heute oder wurde in den 70er, 80er Jahren, ist das heute aus Ihrer Sicht anders oder halten Sie auch die Analyse im Hinblick auf die Vergangenheit für richtig oder für falsch? Zweite Frage, die an Sie gestellt wurde, in welchem Umfang hängt die Glaubwürdigkeit auch zusammen mit der Frage, wie differenziert abgebildet wird, die gesellschaftliche Realität? Das war halbwegs präzise zusammengefasst, hoffe ich, ja. Frau Dr. Wille. Gibt es so etwas wie Angst vor Partizipation in öffentlich-rechtlichen Menschen? Gibt es so etwas wie Angst davor? Sie haben das ja ein Stück festgemacht, Jugendkanal, das bringt die Unruhe, das sind die kritischen Stimmen, das sind die Geister, die anders sein wollen und die das System in Frage stellen können, die Sturm- und Drangzeit. Ich habe das auf der politischen Ebene am Ende des Prozesses sehr positiv erlebt, dass die gesagt haben, wir wollen so ein Jugendangebot im Netz. Das war sogar eine kluge medienpolitische Entscheidung, dass wir die Chance haben, so ein Content-Netzwerk zu knüpfen. Also die Politik war nicht der Verhinderer. Und ich habe auch bei uns wahrgenommen, dass wir nach anfänglichen Zögern uns total geöffnet haben dieser Idee, dass man sozusagen offen damit umgeht und dass man schaut, neugierig schaut. die Frage ist, wir können überhaupt nicht mehr Partizipation nicht wollen, weil die sozusagen das klassische Sender-Empfänger-Verhältnis löst sich ja auf. Die Gatekeeper-Funktion verschwindet. Die Gesellschaft holt sich ein Stück diesen Rundfunk zurück. Insofern ist Partizipation ein Stück Zukunft. Und wir müssen darüber nachdenken, wie wir sie immer noch mehr als Chance begreifen. Wir fangen in kleinen Dingen an, ich weiß nicht, ob Sie es verfolgt haben, das neue Format, was beim Maischberger läuft, dieses Dialogformat, wo man Leute einlädt, völlig offen, und die miteinander diskutieren, die Politik auch sozusagen nicht die Mehrheit im Raum ist, sondern die Menschen über Themen reden, die sie bewegen. Und wir moderieren das. Sozusagen Leute reinholen, lasst sie miteinander sprechen und wir moderieren. Wir kommen ja dann zu Kommunikationsräumen und solchen Dingen. Ich habe jedenfalls das Gefühl, wir lernen, dass da was dazukommt und dass das uns bereichert und dass das wichtig ist und dass wir lernen müssen, wie wir die Chance richtig gut nutzen. Sagen Sie noch was zum Abbild gesellschaftlicher Realität? Immer wenn wir es nicht gemacht haben, hatte das richtig heftige Kritik zur Folge. Ich sage nur Köln. Und es schadet uns total. Wir müssen an der Realität der Menschen dran sein. Und wir müssen die Wirklichkeit, die die Menschen bewegt, auch wenn es schwierig ist, wenn es Themen sind, die unangenehm sind, müssen wir reflektieren. Tatsachen aufbereiten, einordnen. Eine Frage, die an Herrn Mayer ging, war die Frage nach der Verquickung kommerzieller Medien mit öffentlich-rechtlichen, öffentlich-finanzierten Medien. Ja, wenn Ihnen das, Herr Legrand, wenn Ihnen das zu zurückhaltend war, dann sage ich auch noch mal, ich halte das für nicht zulässig. Es scheint geprüft zu sein, aber ich würde das trotzdem bestreiten, dass so eine Form der ständigen Kooperation zulässig ist. Es gibt ja immer punktuelle Kooperationen, wo mal eine sozusagen privatwirtschaftlich finanzierte Medienmarke, was einem öffentlich-rechtlichen Sender macht, wo es Anknüpfungspunkte gibt. Aber in dieser Form, diese formelhafte Geschichte nach Rechercheverbund, Süddeutsche Zeitung, NDR, WDR, halte ich für nicht zulässig. Da brauche ich gar nicht mehr, also kann ich da auch in dem Punkt gar nicht zu sagen. Eine Dame sagte, die sagte, sie habe keinen Fernseher und kein Radio mehr und sie sei da an sich, sie fühle sich wegen Beiträgen abgezockt und der Grund, warum sie keine öffentlich-rechtlichen Medien mehr konsumieren will, ist, es ist zu starr, es verändert sich zu wenig. Meine Frage an Sie beide, wer auch immer als Erster möchte, möchten Sie dazu was sagen? Also das ist ja genau die Idee, die dahinter stand, dass man gesagt hat, man nimmt keine Gebühr mehr, für die man auch eine Gegenleistung erwartet, sondern es ist eine solidarische Finanzierung für etwas, an dem man teilhaben kann. Natürlich nicht muss. Und deshalb ist es eben auch der Haushaltsbeitrag und keine Gebühr mehr, weil Gebühr beinhaltet das ja, dass man eine Gebühr für etwas bezahlt, für das man eine Leistung bekommt. Aber sie profitieren natürlich auch, wenn sie zum Beispiel ins Kino gehen und Filme, die mit gefördert werden vom Öffentlich-Rechtlichen, der finanziert zu einem großen Maße auch bestimmte Filme mit. Also insofern, ich kann dieses, ich kann das schon ein Stück weit nachvollziehen, dass Leute sagen, ich nutze das alles nicht und ich möchte das eigentlich nicht zahlen, aber wenn man sich darauf verständigt und das hat man gemacht im Vorfeld. Die da oben, ja, ja, also es ist eine politische Entscheidung gewesen, das stimmt, diese Umstellung zu machen und natürlich wäre es besser gewesen, wenn man das auch breiter diskutiert hätte und das ist in der Vergangenheit immer bei Staatsverträgen auch so gewesen, dass das halt in Hinterzimmern der Staatskanzleien ausgehandelt wurden und das kann ich wirklich nachvollziehen, das haben wir auch immer kritisiert, weil für eine Akzeptanz so eine gesellschaftliche Debatte eben notwendig ist und dann hat man auch die Möglichkeit, sich einzubringen, dass es Konsultationsverfahren gibt, dass Bürgerinnen und Bürger auch gefragt werden und sich einbringen können. Ich zahle den Haushaltsbeitrag übrigens dreimal, nee, viermal, viermal sogar für jedes Büro, das ich habe und für meine Wohnungen in Berlin und in Mainz. Ich tue das aber auch gerne, weil ich davon überzeugt bin, dass dieses System nach wie vor richtig ist, auch wenn ich meine Kritik habe, auch wenn ich bestimmte Sendungen vielleicht auch nicht gut finde, aber trotzdem. Es gab noch die Frage, müssen sich die Medien nicht, also einmal die kritikfähigen Zuschauerinnen und Zuschauer, was heißt also Medienkritik und die Frage, befassen sich die Medien oder erklären Medien genug, wie die Medienlandschaft aussieht, wie Medien gemacht werden, also Medienmagazine. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass viele Zeitungen ihre Medienseiten entweder eingestampft haben oder praktisch nur auf Ankündigungen von den Programmen, von den Fernsehprogrammen darauf reduziert haben. Ich glaube, und das fordere ich die ganze Zeit schon, dass es eigentlich viel mehr Medienmagazine geben müsste. Das ist nur immer so ein bisschen die Krux, dass Medien ungern über Medien schreiben oder debattieren, weil man will ja auch irgendwie kein Nestbeschmutzer sein. Aber ich glaube, das täte diesem gesellschaftlichen Prozess und dieser Dialogbereitschaft und auch der Akzeptanz deutlich besser... Also ich glaube, Herr Mayer würde da jetzt heftig widersprechen. Ich lasse ihn aber nicht. Sondern ich stelle jetzt an Professor... Nein, wir brauchen es, wir brauchen es. Ich will gar nicht widersprechen, aber wer das Wort Nestbeschmutzer sagt, der hat... Das habe ich mir schon gedacht, aber jetzt nutze ich einfach mal die Macht des Mikrofons. Herr Professor Biber, ich würde gerne verbinden, ich nutze die Macht... Geben Sie mir eine Chance. Danke. Herr Professor Biber, ich würde gerne, wenn Sie noch auf was eine der Zuschauerfragen antworten möchten, das würde ich gerne verknüpfen mit dem Einstieg in die zweite Runde. Ich erinnere mich aus dem Vorgespräch, dass Sie eine... eine Reform der Gemeinwohlorientierung in Zeiten der Digitalisierung fordern. Also, und ich finde, das passt jetzt ganz gut zu dieser Zuschauerrunde, einen produktiven Diskurs mit dem Publikum. Ja, danke für die Vorlage. Das hätte ich jetzt auch versucht über die Äußerung noch mal aus dem Publikum. Man sieht aber auch an den Punkten, die zur Kritik an den Öffentlich-Rechtlichen gewählt wird, dass es eben ganz schwierig ist, weil die Landschaft so vielfältig geworden ist. Wir reden über den Leuchtturm Tagesschau, was passiert um 20 Uhr. Wir reden über die Gebühren, die Höhe, die Beiträge, die Nichtsnutze in den Aufsichtsgremien, die sowieso nichts machen. Das sind die Punkte, über die man spricht. Und dabei ist aber der wesentliche Punkt, der ist auch durchaus ja genannt worden, der befindet sich auch gut dargestellt in dem Dossier zu dieser Veranstaltung, nämlich dieser Begriff, der ja auch genannt wurde, Infrastruktur für eine liberale Öffentlichkeit oder das, was auch Sie gerade noch mal gesagt haben bezüglich der Beiträge. Es geht um so etwas wie eine Solidargemeinschaft Öffentlichkeit. Das ist super abstrakt und super schwierig, aber es ist letztlich das, worum es geht. Können Sie es ein bisschen konkreter machen? Naja, man muss sich eben vorstellen, also wie Sie gesagt haben, der Öffentlich-Rechtliche ist nicht nur im Fernsehen, im Radio, im Internet, er ist auch an Stellen, wo man ihn nicht unbedingt vermutet. Und das noch Schwierigere ist, wie würde es aussehen oder welches Angebot an Informationen, Unterhaltung, Bildung in den Medien hätten wir, wenn wir den Öffentlich-Rechtlichen nicht hätten? Das sich vorzustellen, ist eine schwierige Aufgabe. Aber da hätten wir keinen Spaß daran, glaube ich, wenn dieser Block, der uns einen offenen, freien, inklusiven Diskurs ermöglicht, eben nicht mehr hätten. Da bin ich bei dem, also Inklusion und wie geht man mit den Lügenpresserufern um, wäre auch ein Ansatz zu Kritik. Also man schließt sie aus, man lädt sie nicht zu Veranstaltungen ein, Diskussionsrunden, Fernsehduellen. Das wäre falsch. Inklusion meint, man muss sich solchen Kritikern, Fundamentalkritikern stellen. Interessant wird es jetzt, wenn AfD-Vertreter in die Rundfunkräte einziehen und wie sie dort dann agieren. Im WDR-Rundfunkrat ist es noch nicht so. Da freut man sich schon auf lebendige Inputs, die dann kommen werden. Aber darum geht es ja. Also das muss man eben aushalten. Das muss man auch in diesen Repräsentationsgremien aushalten. Und die sind vielfältiger geworden. Darauf zielen die Gesetze, die Neuerungen eben ab, dass mehr und andere Gruppen auch dort vertreten sind, was aber dann wiederum gleichzeitig Kritik hervorruft, weil diese Räte werden ja größer. Also Sie haben eben die Tagesschau um 20 Uhr erwähnt. Wenn wir über das Netz sprechen, ist ja auch klar, ganz viele, vor allem jüngere Leute, gucken die Tagesschau nicht mehr um 20 Uhr, sondern wenn sie sie gucken, gucken sie, wann immer sie Zeit dafür haben. Im Netz. Da geht meine Frage an Frau Dr. Wille. Ich wollte doch noch was zur Publikumsbeteiligung sagen, weil das auch eine Frage war. Ja, vielleicht dürfen Sie das, vielleicht können Sie es in der nächsten, wenn Sie dran sind, weil jetzt würde ich gerne auf das eingehen, was Sie gesagt haben und das an Frau Dr. Wille weitergeben. Also wenn wir über Publikumsbeteiligung reden, wenn wir die Frage stellen, wie Sie noch jüngere Generationen erreichen können, wie wichtig ist da für Sie als ARD-Vorsitzende des Netzs? Wie viel Geld muss reingesteckt werden? Und was sollten die Öffentlich-Rechtlichen aus Ihrer Sicht da dürfen? Also vielleicht ein Fakt noch. Immer gesagt wird, junge Leute sind weg vom Fernsehen und sie sind weg vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Tagesschau-App, da sind die jungen Leute. Wenn Sie sich die Zahlen angucken, durchaus wachsend. Also sie sind auch noch bei unseren klassischen Marken, was für uns total wichtig ist. Aber die Chance im Netz, das war ja die Frage. Ich hatte ja gesagt, mit Funk haben wir eine Riesenschance bekommen. Es ist ein Experimentier. Sie erklären nochmal, was Funk ist? Okay. Funk ist die Beauftragung für ARD und ZDF, im Internet ein gemeinsames Angebot für junge Leute im Alter zwischen 14 und 29 Jahren zu machen. Es ist also kein Fernsehkanal, es ist kein Radioangebot, sondern es ist der Auftrag, ein Content-Netzwerk zu knüpfen. Und das soll dran sein an der Lebenswirklichkeit der jungen Menschen. Es soll von auch dem klassischen öffentlichen Auftrag entsprechen. Es soll informieren, es soll orientieren, es soll unterhalten, es soll Kommunikation befördern, Interaktion fördern. Und das ist der Auftrag, den wir bekommen haben. Und wir sind seit 1. Oktober gemeinsam unterwegs und lernen dort ganz viel. Florian Hager war ja heute Nachmittag da. Er hat bestimmt erzählt, dass das für eine Lernkurve ist, die wir da gerade machen, weil es ist absolutes Neuland. Aber es ist eine Riesenschance, in der Tat da an junge Leute ranzukommen, wo sie ja sind, wo sie, wenn sie so wollen, medial zu Hause sind, wo ihre Kommunikation läuft. Und da ist die spannende Frage, mit welchen Inhalten erreiche ich die jungen Leute? Und da haben wir natürlich auch drüber nachgedacht, wie schafft man das, Dinge aus Politik, aus Wirtschaft, aus dem kulturellen Leben in unserem Land so vermittelt zu bekommen, dass wir sie stärker interessieren. Weil es muss uns schon nachdenklich machen, diese Studie, die ich da gelesen habe, dass junge Leute großes Misstrauen auch haben gegenüber politischen Instanzen und öffentlichen Instanzen. Zu interessieren für die Themen, sie ranzuholen, sie sozusagen zu motivieren für Dialog und sich selber dazu auszutauschen, zu den Themen. Wir haben jetzt ein neues Format gestartet, Informer. Das ist genau so etwas, wo man ran will an die Themen. Oder mit unseren jungen Wellen zusammen. Lasst uns diskutieren über Themen. Und es sind so viele Fragen, die die jungen Menschen bewegen. Und deswegen ist das Ding eine Riesenschance, die wir da bekommen haben. Herr Mayer, begeistert Sie das? Waren Sie schon mal drin? Sehr verständlich. Ich habe einen ganz ausführlichen Artikel damals über Funk geschrieben, das ja sicherlich als, ich glaube, so ähnlich habe ich geschrieben, ein Coup ist. Aber ich meine das nicht nur unbedingt als Lob. Also, dass man 45 Millionen Euro im Jahr zur Verfügung hat, um ein Jugendangebot, was ja kein Sender ist, übers Netz zu streuen, massiv auf Social Network-Plattformen postet, was sich da verbreitet, was auch am Anfang sehr stark unterhaltungsgesteuert war, wo Leute mit einem Traktor quer durch den Bauernhof gerattert sind und sich da irgendwelche sozusagen Jugendträume erfüllen. Da fragt man sich dann schon, okay, die Grundidee finde ich, finde ich sozusagen nachvollziehbar, aber viele der Inhalte finde ich, da würde ich jetzt mal sagen, da müssen wir nach einem Jahr, nach zwei Jahren immer genau gucken, was erreicht denn das jetzt, was sind das für Formate. Moment, aber da reden Sie über die Qualität, ich will das verstehen, da reden Sie über die Qualität, nicht darüber, ob die Öffentlich-Rechtlichen grundsätzlich berechtigt sein sollten, das Netz auch in dieser Form zu nutzen. Naja, zunächst mal kann ich es vollkommen nachvollziehen, dass dieser Generationenabriss, wenn er dann nicht schon stattgefunden hat, verhindert werden soll, dass da wieder eine Anknüpfung gesucht wird. Das ist in Ordnung. Wie das zustande kam, nun ja, also ohne sozusagen Drei-Stufen-Test ins Internet, völlige carte blanche für dieses Format. Die Macher haben es, Herr Hager hat es, glaube ich, mit seinem Team sehr gut gemacht, eben weil er sagt, wir streuen das ins Netz und wir haben keine eigene Plattform, wir lösen uns, wir diffundieren quasi ins Netz. Das ist schon ziemlich genial, aber ich weiß nicht, ob das am Ende doch marktverzerrend herrscht, weil da viele Formate sind, die private genauso anbieten können. Da wurden YouTuber eingekauft, da gibt es, wie gesagt, sehr viele Unterhaltungsformate und zuwendig Bildungsformate. Aber das ist natürlich die Frage, ob es darum eigentlich geht, dass kommerzielle bestimmte Dinge genauso gut könnten. Frau Rössner hat, wie ich finde, einen sehr schönen Satz, also mir hat es gut gefallen, in dem Vorgespräch gesagt. Sie haben gesagt, Sie möchten doch daran erinnern, dass der Öffentlich-Rechtliche eigentlich zuerst da war. Und ich würde Sie natürlich, würde von Ihnen jetzt gerne hören, dachte mir, dass Ihnen das nicht so gefällt. Zuerst, also wo zuerst? Vor privaten Sendern, vor privaten Fernsehsendfunksendern. Ja, ja, ich spreche jetzt von Seiten der Verlage natürlich. Wir waren noch eher. Beschränkungen im Internet, Notwendigkeit auch aufs Internet, das Angebot im Internet zu verbreitern für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich würde gerne. Ja, also ich glaube, dass das absolut notwendig ist, weil wenn wir uns angucken, wie unsere Mediennutzung sich verändert und wie sie auch zukünftig immer stärker aussieht, dann werden wir uns hauptsächlich über das Internet informieren. Und deshalb ist es natürlich notwendig, dass die Sender eine Entwicklungsmöglichkeit haben ins Internet und die Bevölkerungsgruppen, die sie ja alle ansprechen sollen, auch erreichen. Und wenn eben gerade junge Leute vor allen Dingen im Internet unterwegs sind, dann muss der Öffentlich-Rechtliche dies auch können. Und klar ging das nicht durch einen Drei-Stufen-Test, weil es eine direkte Betrauung gab. Also es wurde direkt beauftragt, weil man eben die Notwendigkeit gesehen hat, dass die Jugendlichen sozusagen kein öffentlich-rechtliches Angebot gezielt bekommen. Jetzt kann man darüber streiten, ob das sinnvoll ist, dass die sich hauptsächlich auf anderen Plattformen bewegen oder ob es nicht notwendig ist, die Zuschauerinnen und Zuschauer oder die Nutzerinnen und Nutzer, wie man sie auch immer nennen will, stärker auf eine eigene öffentlich-rechtliche Plattform wieder zurückzuholen. Weil man möchte ihnen ja auch deutlich machen, was ist denn auch der Wert eines öffentlich-rechtlichen Angebots? Was zeichnet das beispielsweise aus? Und wir haben natürlich auch noch andere Problematiken mit Werbung, die beispielsweise von externen Plattformen ja auch geschaltet werden. Wenn ich mich da bewege bei YouTube, dann wird irgendwas davor geschaltet. Da habe ich ja auch keinen richtigen Einfluss drauf. Das heißt, das ist auch nicht ganz unproblematisch. Und ich möchte ja gerne die Marke Öffentlich-Rechtliche stärken und das Bewusstsein auch bei den Jugendlichen wecken. Ihr habt beim Öffentlich-Rechtlichen das und das ein Angebot. Und das ist die Qualität, die ihr da erwarten könnt. Die Vielfalt, die programmliche, zu der eben der Öffentlich-Rechtliche auch verpflichtet ist. Das klingt aber ein bisschen nach Erziehungsauftrag. Also wir erklären den Jugendlichen, wie toll der Öffentlich-Rechtliche ist. Das ist nicht unbedingt Dialog. Nein, nein. So will ich nicht verstanden werden, sondern man macht ihnen ein Angebot und möchte ihnen dieses Angebot natürlich auch schön präsentieren. Das ist doch klar. Und früher hat man halt einen gewissen Audience-Floor gehabt. Den hat man im Internet nicht mehr. Deshalb muss man gucken, dass man die Jugendlichen da auch anspricht. Und dass die Formate für Jugendliche eben andere sind als für Erwachsene oder für andere Zielpublikum, die sich mehr im kulturellen Bereich interessieren oder anderweitig, das ist ja auch völlig klar. Von daher, glaube ich, ist es wichtig, jetzt zu sehen, wie kommt das Programm auch tatsächlich an. Das muss, glaube ich, sehr eng begleitet werden und geguckt werden, erreicht man mit dem Angebot eben auch die Jugendlichen, die man erreichen möchte. Und ja, nehmen Sie das wahr als etwas, was auch von den Öffentlich-Rechtlichen produziert wird. Dankeschön. Und dazu würde ich jetzt gerne die Meinung von Herrn Prof. Biber, der dann vielleicht noch mal auf den Publikumsdialog kommen kann und auf die Frage, die Sie vorhin noch beantworten wollten, hören. Ja, also ich glaube, das sind zwei Dinge, die wir hier sehen. Also über Funk erkennen wir noch deutlicher als in anderen Zusammenhängen, wo es das auch schon gegeben hat, die Bewegung der Angebote in Richtung der sozialen Netzwerke, weil man dort ein anderes Publikum erreicht. Das gilt jetzt nicht nur für Funk, das ist bei den Sportangeboten, bei den Nachrichtenangeboten auch schon so. Das ist aber nur der eine Teil der Entwicklung, die daran interessant ist und auf die der Öffentlich-Rechtliche eine Antwort finden muss. Weil in ganz vielen Fällen, auch so wie es jetzt bisher diskutiert wird, spricht man ja immer noch von einem Angebot, das verteilt wird, nur eben an andere Orte. Ein Angebot, das verteilt wird über andere Ausspielmöglichkeiten. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Das Publikum ist nicht nur woanders, sondern es verhält sich auch anders. Es ist selber aktiver geworden und es kann nicht mehr nur darum gehen, denen irgendetwas Tolles, Schickes, Hippes, Cooles zu präsentieren, sondern man muss sie in diese Produktionsprozesse mit einbinden. Das passiert, finde ich, noch viel zu wenig. Also Co-Produktion von Inhalten ist etwas, tatsächlich den Begriff der Plattform dann auch ernst nehmen und nicht nur in einem neuen Digitalkanal, der aber jetzt eben nicht mehr ausgestrahlt wird, sondern sich an verschiedenen Stellen dann materialisiert, nämlich da, wo eben Apps und Angebote platziert werden in den sozialen Netzwerken, sondern es geht um ein anderes Grundverständnis davon, wie ich tatsächlich mich in einem solchen Medienraum bewege. Das fehlt in den Sendern im Moment noch. Das ist noch viel zu stark auf klassische, traditionelle Medienproduktion ausgelegt. Da sind auch die alten Lobbyorganisationen, Filmproduktionen, Medienschaffende viel zu stark und da findet auch gerade ein starker Wettbewerb statt innerhalb der Senderstrukturen um diese Produktionsmöglichkeiten. Funk bricht das jetzt auf. Funk macht aber vielleicht auch gleichzeitig ähnliche Fehler wie vorher die Sendeanstalten, indem sie so eine Art prekäres Produktionssystem auch schafft. Man holt sich die Leute aus den Netzwerken, gibt denjenigen, die erfolgreich sind, Geld, um ihre Angebote zu verbessern, zu optimieren, versetzt sie dann möglicherweise kurzfristig in eine bessere Produktionssituation, löst Konkurrenzen auf einem Markt aus, muss das aber tun, wenn man tatsächlich den Auftrag der Politik erfüllen will. Also man soll da ja auch sein an diesen Stellen. Und da haben wir aber nun auch im Moment noch überhaupt keine Richt- und Vergleichswerte, wie man das denn eigentlich tut. Also insofern muss man da in das Experiment gehen und muss aber dann auch ein anderes Verständnis für die Entwicklung von Medieninhalten haben. Und das muss ich auch nicht nur mit irgendwelchen abgefahrenen neuen Digitalplattformen machen, sondern das kann ich auch total oldschool und offline machen. Ich will als Beispiel nur das zur Publikumsbeteiligung nochmal die Wahlberichterstattung im WDR nennen. Da hat es im Vorfeld der Ausstrahlung Publikumsgespräche gegeben. Vier Veranstaltungen an vier Orten mit je 50 Zuschauern. Man hat sie befragt, was wohl die wesentlichen Themen sind, welche Fragen sie an die Politik haben, hat das in einem internen Prozess dann ausgewertet und in die redaktionellen Formate mitgenommen. So kann man das auch machen. Das ist ganz analog, hat das stattgefunden in Bürgerhäusern an verschiedenen Orten. Aber die Idee dahinter, die finde ich ziemlich digital, also weil sie dieses veränderte Verständnis, Selbstverständnis des Publikums reflektiert, das sehr viel aktiver geworden ist unter den Bedingungen der Digitalisierung. Und nicht alles, womit ich darauf antworte, muss zwingend irgendwie eine abgefahrene App sein. Also was Sie letztlich sagen ist, das Publikum ist im Grunde schon ziemlich weit. Da hat sich ein Einstellungswechsel verändert, ein Einstellungswechsel gezeigt. In den Sendern herrscht noch zu viel altes Denken. Und da würde ich jetzt schon gerne wissen, ob Frau Dr. Wille zustimmt. Also ich bin völlig bei Ihnen in der Beschreibung dessen, was sich da entwickelt. Ich glaube aber auch, dass wir, das ist jetzt Antwort auf Ihre Frage, am Anfang eines Prozesses sind und nach langem noch nicht so weit. Es ist ja ein Stück, wenn Sie so wollen, Redakteur neuen Typs, der da mit entsteht. Also es ist nicht mehr, ich habe ein Produkt, ich sende und verteile und dann ist sozusagen das redaktionelle Geschäft schon am Ende. Im Gegenteil, es fängt ja dann erst an, sozusagen mit dem Produkt. Dann beginne ich, mich zu öffnen, neugierig zu sein, einzusammeln, wieder zurückzuholen. Und das ist ja die Chance für wirkliche gesellschaftliche Kommunikation, die jetzt entsteht. Und deswegen würde ich, bei Funk können wir lernen, wie so ein Kommunikationsraum sich entwickeln kann, ein gesellschaftlicher Kommunikationsraum. Und das ist das Neue daran. Und in der Tat, da stehen wir am Anfang des Prozesses, da sind wir noch nicht, da fangen wir an zu lernen. Ein Kommunikationsraum, also experimentieren gerne, aber ein Experimentierraum, und ich wiederhole das gerne nochmal, damit 45 Millionen Euro im Jahr, ja, das ist, ja, es ist halt so, es ist ein Riesenbudget. Sie fanden das heute Nachmittag zu wenig, ich finde es deutlich zu viel, und das können Sie mir gerne als Vertreter eines privatwirtschaftlich finanzierten Medienunternehmens auch zugestehen, dass ich das so einordne. Ja, ein Konzern, das ist vollkommen richtig. Aber das ist eine deutliche Marktplatzierung, und was ich im Internet generell halt sehe, und meine Befürchtung dieses erweiterten Auftrages, das, den Sie ja auch fordern, Frau Rösner, sehe, ist, dass so eine allgemeine laissez-faire Haltung gegenüber der Expansion ins Internet besteht. Da werden alle möglichen... Expansion ins Internet? Ja, der Expansion, nein, der digitalen Unternehmung der öffentlich-rechtlichen Sender. Also, dass da so sagt, wir wollen alles können, wir wollen alles ausprobieren können, und was dann passiert, Sie nannten die Tagesschau-App, das ist ja dann auch bekannt. Die jungen Leute gehen dahin, konkurrenzfähige Angebote, die es natürlich gibt, werden... Wir befinden uns da auf einer Spielebene, aber es sind halt völlig unterschiedliche Voraussetzungen, mit denen wir hier antreten. Also Angebote von uns, die wir gerne monetarisieren würden, für die wir gerne Geld nehmen würden, werden damit eigentlich an den Rand gedrängt und machen es uns viel schwerer, auch meinen Job und den Job vieler meiner Kollegen weiter zu finanzieren. Das ist einfach so. Da möchte Frau Rössner antworten. Ja, also die Frage der Finanzierung von Journalismus im Internet ist, glaube ich, etwas, was wir auch intensiver diskutieren müssten, weil das nämlich tatsächlich eine Existenzfrage auch von gerade zeitklassischen Print angeboten ist, aber trotzdem glaube ich, dass eine Presseähnlichkeit des Öffentlich-Rechtlichen, der ja im Rundfunk-Staatsvertrag noch drin steht, heute nicht mehr zeitgemäß ist. Was ist presseähnlich? Ja, es muss ja Kriterien geben. Es sind Angebote, die im Internet stehen und der Öffentlich-Rechtliche muss dort auch findbar sein. Er hat eine Entwicklungsgarantie und er muss dort eben auch versuchen, alle Bevölkerungsgruppen zu erreichen und natürlich die Integration und den Dialog auch zu finden. Ich wollte aber noch mal was sagen zum Umdenken, was so die neuen Player angeht, ob YouTuber jetzt eingekauft werden. Da gab es den großen Hype mit LeFloid, der plötzlich irgendwie der große YouTube-Star ist und man hat ihn dann eingekauft und als ich dann das Interview gesehen habe, das er mit Merkel gemacht hat, da habe ich gedacht, so richtig frech war das jetzt auch nicht. Und da sieht man eben doch, was eine Redaktion ausmacht, die so etwas gut vorbereitet. Also ich habe ja früher für Logo gearbeitet und die Kinderreporter haben auch Interviews mit verschiedenen Spitzenkandidaten und Ministerinnen und Ministern und Kanzlerinnen und sonst wem gemacht. Ich glaube, die waren wirklich frecher aufgestellt und die hatten auch mehr Unterstützung, sich da auch zu trauen. Und daran merkt man eben auch, wie eine Redaktion arbeitet, wie sie das begleitet. Ja, es ist nicht nur der Star als solcher, sondern auch die Frage von, wie arbeitet eine Redaktion und wer steht dahinter? Ich würde sehr gerne eigentlich jetzt ins Publikum geben, aber vorher einmal noch Herrn Mayer die Gelegenheit zur Antwort geben, weil das ist ja nun der klassische Konflikt. Presseähnlich oder nicht, ist das die Debatte, die noch zeitgemäß ist? Ich gebe Ihnen recht, dass es ein schwammiger Begriff ist, aber wir müssen es irgendwie abgrenzen. Und ich finde dieses ständige, wir streiten uns, also ich jetzt nicht persönlich, aber mein Verlag, der BDZV, mit den öffentlich-rechtlichen Angeboten. Wir streiten uns seit Jahren in juristischen kleinen Kriegen und Angeboten, was darf man da, was darf man nicht. Und was Sie jetzt getan haben, Frau Größner, und was ich auch von Seiten der öffentlich-rechtlichen wahrnehme, ich habe da vor drei oder vier Jahren mal angerufen, beim NDR war das glaube ich, und habe gefragt, wie steht das, ach das ist doch ein alter Konflikt. Das wird immer so beiseite gewischt, als wenn das alles kein Problem wäre. Presseähnlich mag ein schwieriger Begriff, ja, aber das ist das, so, ja, es ist nicht mehr, das muss abgeschafft werden, das ist presseähnlich, aber was heißt denn das dann? Wir müssen uns da doch irgendwie, juristisch ist das nicht ganz so eindeutig bislang gelaufen für die öffentlich-rechtlichen, und wir müssen uns da doch irgendwie einigen. Mein Punkt wäre auch generell, statt sich hier jahrelang über diese Geschichten weiter zu bekriegen und vor Gerichten wieder zu sehen, muss man sich glaube ich generell zwischen den öffentlich-rechtlichen Sendern und den privaten Verlagen einfach mal auf einen Modus wie wenn die verständigen, der eben nicht nur einen Gewinner kennt, sondern hoffentlich viele Gewinner, aber jetzt einfach zu sagen, wir müssen dieses Merkmal presseähnlich, im Wesentlichen sagen ja, die Verlage ist einfach zu viel Text, der da angeboten wird, das muss man einmal irgendwie gerade kriegen, weil einfach zu sagen, das ist nicht mehr zeitgemäß, das müssen wir schon können dürfen, wir müssen die schon alle erreichen dürfen, das halte ich für ein bisschen auch sehr so weggewischt. Und damit gerne zweites Mal ins Publikum, Sie hatten sich vorhin schon gemeldet und ich habe Sie einfach nicht mehr rangenommen, und die Frage, was erwarten Sie von öffentlich-rechtlichen Sendern im digitalen Zeitalter, das ist so die Überschrift, die ich jetzt ganz schön finde. Ja, ich möchte noch mal zu der Frage kommen, Wettbewerb, in dem Sinne, dass die Gebührenzahler die Möglichkeit haben, eben Entscheidungen zu treffen, und da gäbe es ja eine Möglichkeit, man könnte ja sagen, ihr habt ja die Zwangsgebühr, aber ihr entscheidet selber, welcher Sender was bekommt, oder man könnte sich auch kleinere Einheiten vorstellen, einzelne Programme. Wer entscheidet das selber? Das ist der Bürger, der die Zwangsgebühren zahlen muss, sie zahlt, aber die Möglichkeit hat, zu sagen, meine Zwangsgebühr geht an diesen Sender, oder eventuell auch Teilbereiche dieses oder jenen Senders, und er könnte es auch verteilen, er könnte auch auf mehrere Sender sein Geld verteilen, das wäre unter heutigen Bedingungen, wäre das organisatorisch kein großes Problem. Ein bisschen kennen wir das aus dem System der Beiträge zu den Kirchen oder anderen Religionsgemeinschaften, die bei uns öffentlich-rechtlichen Status haben, und es gibt in anderen Ländern auch Zwangsabgaben, wo dann der Bürger diese zu leisten hat, aber wählen kann, welcher guten Institution das dann zukommt. Also das wäre durchaus machbar und würde sicherlich das Geschäft beleben. Vielen Dank. Ich muss natürlich sofort auf diesen Einwand antworten, Sie waren heute Nachmittag nicht da, oder? Nein, ich möchte natürlich gerne Sie darauf hinweisen, ich bin Softwareentwickler und ich habe noch eine Kollegin, wir machen zusammen das Projekt Rundfunk mitbestimmen, und das ist exakt wie die Faust aus Auge, was Sie da vorschlagen. Das Problem daran ist einfach, wir möchten das natürlich auch gerne an die Presse bringen, und wir würden auch gerne darüber mit den Rundfunkanstalten diskutieren. Es ist eine Seite, wo jeder Beitragszahler veröffentlichen kann, an welche Sendungen seine Rundfunkgebühren fließen sollen. Und diese Daten werden ins Internet gestellt und veröffentlicht und könnten zum Beispiel eine Gesprächsgrundlage sein. Bezüglich des öffentlich-rechtlichen Medien würde ich den Fokus da gerne erweitern. Die Diskussion gab es schon öfter mal, und zwar gibt es die Problematik von Suchmaschinen, die von amerikanischen Konzernen kontrolliert werden und unter kommerziellen Gesichtspunkten laufen. Es gibt die Problematik von sozialen Netzwerken, die ganz stark in der Diskussion sind, weil sie unter kommerziellen Gesichtspunkten laufen. Und es gibt Mediatheken, wie beispielsweise jetzt Netflix, in denen halt Content zur Verfügung gestellt wird, wo man sich auch die Frage stellen kann, warum gibt es das nicht in ähnlicher, umfassender Art und Weise, sondern nur für die Angebote zusammengefasst von den Anstalten. Ich kann ja verstehen, dass die Privatwirtschaft komplett, da sträuben sich die Haare. Aber meiner Meinung nach sollte sich die Medienpolitik, und da ist die Medienpolitik, denke ich mal, der Ansprechpartner, überlegen, welche Strukturen erforderlich sind, damit dieser Gegensatz, der im dualen System herrscht, aufgelöst werden kann. Denn im Grunde genommen handelt es sich bei den Landesmedienanstalten um hochkonzentrierte Medienangebote, in denen man halt die typische vertikale Konzentration findet, in denen halt in einem Haus Produktion wie auch Distribution zusammengefasst ist. Und da sollte sich vielleicht die Medienpolitik überlegen, wie können wir das auflösen, damit halt mehr Leute innerhalb dieses Systems nebeneinander kooperieren können, in einer neuen Art und Weise, und deshalb mehr Qualitätsinhalt entstehen kann. Vielen Dank. Also die Frage ging jetzt direkt an die Medienpolitik, und ich würde jetzt gerne zur Schlussrunde hier jedem von Ihnen die Möglichkeit geben, erstens auf das einzugehen, was aus dem Publikum gekommen ist, und zweitens auch noch vielleicht etwas zu sagen, wozu Sie bisher keine Gelegenheiten hatten. Und damit würde ich gerne Frau Rösner das Wort geben. Ja, es sind so viele Aspekte, die jetzt heute auch angesprochen wurden und die heute Nachmittag zum Teil schon diskutiert wurden, aber auch jetzt hier heute Abend auf dem Panel. Deshalb kann man zu allen, glaube ich, nicht mehr was sagen. Und das hat sie auch nicht gemeint. Ich finde diese Initiative gut, dass man gucken kann, das ist ja auch für Außenstehende interessant. Wo gibt es denn viel Zustimmung oder wie ist eine Bewertung? Das ist ja im Grunde eine Bewertung auch von dem, was die Öffentlich-Rechtlichen machen. Und vielleicht gucken ja die Anstalten dann auch mal da drauf. Das wäre jedenfalls wünschenswert. Was die Frage von den großen Playern angeht, da, finde ich, hat die Medienpolitik bisher auch versagt. Wir haben in der Vergangenheit häufiger über öffentlich-rechtliche Suchmaschinen zum Beispiel gesprochen. Es gab ja auch eine Bewegung. Es gab ja auch einen Versuch, eine öffentlich-rechtliche Suchmaschine zu machen. Aber man hat natürlich trotz allem immer einen Algorithmus und der wird gespeist. Und ich glaube, wichtig ist, dass man einen Mechanismus entwickelt, wie man sowas auch kontrollieren und beaufsichtigen kann. Weil eine Suchmaschine, man wird nicht alle Leute jetzt auf eine andere Suchmaschine leiten können. Wenn Google, um den Namen mal hier zu nennen, 96 Prozent Marktanteil hat, dann ist das eine Marktmacht nach klassischen kartellrechtlichen Begrifflichkeiten und Definitionen. Und da muss man natürlich da regulierend auch einwirken. Weil Google zum Beispiel gleichzeitig Anbieter ist und seine eigenen Inhalte bevorzugt. Und deshalb muss es natürlich, wenn es einen Missbrauch gibt, dort auch eine Aufsicht möglich sein. Und da hat bisher es noch keine, also es gibt Vorschläge, aber ich habe festgestellt, es gab jetzt eine Bund-Länder-Kommission in der letzten Wahlperiode. Die haben sich dessen ausgerechnet nicht, also Plattformregulierung, Intermediäre und so weiter, die konnten sich da nicht richtig einigen auf eine Regulierung. Und das ist eine große Aufgabe, vor der wir, glaube ich, stehen und die wir angehen müssten. Vielen Dank. Herr Professor Biel. Ja, ich würde anknüpfen an den Fragen, die wir jetzt auch mehrfach gehört haben aus dem Publikum, die eben die Finanzierung von Öffentlichkeit betreffen. Und ich glaube, da müssen wir auch wieder durchaus ins Experiment und ins Risiko gehen. Rundfunk mitbestimmen als Beispiel orientiert sich ja so ein bisschen an den Beteiligungshaushalten, was wir auf kommunaler Ebene kennen. Das weist, glaube ich, schon in eine richtige Richtung. Also darüber, über ein solches Werkzeug anzuzeigen, wo eine Nachfrage besteht oder wo vielleicht eben auch eine Idee von Verteilungsansatz entsteht. Der muss aber dann irgendwie sinnvoll und ordentlich in die Sender hineingetragen werden. Und diese Schnittstellen, die werden sich ausbilden müssen. Es gibt ja auch noch andere Überlegungen, wie man mit den Mitteln aus den Beiträgen umgeht. In Nordrhein-Westfalen gibt es die Stiftung vor Ort, die sich um die Förderung insbesondere von Projekten im Lokaljournalismus kümmern soll, auch mit einem Teil der Beitragsgelder. Also auch das könnten Ansätze sein. Da sind wir dann auch bei den Punkten, über die sich Herr Mayer ja zu Recht beschwert hat. Also wenn es Kooperationen schon gibt, in bestimmten Fällen mit privaten Akteuren, müsste man vielleicht darüber nachdenken, ob es Fonds gibt oder ein Pool von Mitteln, die man auch als anderer Medienakteur in Anspruch nehmen kann, sofern man Leistungen erbringt, die eben im Sinne des öffentlich-rechtlichen Auftrags erbracht werden. Vielleicht muss man sich von dieser strukturell-institutionellen Trennung, das sind die, die dürfen das und das sind die, die dürfen das nicht verabschieden. In Teilen passiert das ja. Vielleicht muss man über größere Lösungen in dieser Richtung nachdenken. Das, was ich eigentlich noch sagen wollte und was mir auch jetzt in der Diskussion heute noch zu stark rüberkommt, ist eben diese Fokussierung auf die Inhalte. Also hinter dem Content geht es weiter. Es gibt auch andere Dinge, die im Sinne des öffentlich-rechtlichen Auftrags anzusprechen, zu erfüllen werden, um eben tatsächlich eine funktionierende Öffentlichkeit als Solidargemeinschaft herzustellen. Das sind jetzt die Schlagworte des Tages nochmal irgendwie zusammengefasst. Aber das wäre mir tatsächlich wichtig, darüber nachzudenken, wie können wir dieses Projekt dann tatsächlich gemeinsam in Angriff nehmen. Und das muss eben nicht nur die Entwicklung von neuen Inhalten sein. Das können auch eher technologieorientierte Ansätze sein. Meinen Sie jetzt neue Inhalte oder meinen Sie eine Form? Nein, eben jenseits des Inhalts. Was können öffentlich-rechtliche oder eben, was kann im Sinne des öffentlich-rechtlichen Auftrags gestaltet werden in puncto Öffentlichkeit, das aber nicht zwingend Inhalt oder meinetwegen Content sein muss. Da gibt es, glaube ich, auch noch andere Dinge. Die BBC verteilt kleine Computer in Richtung Schulen, wo Kinder programmieren lernen können. Es gibt Accelerator-Modelle, also Förderung von Medienunternehmen oder der Kreativindustrie unter dem Dach öffentlich-rechtlicher Anbieter. Wäre auch vielleicht ein Ansatz, darüber nachzudenken, wie man in Zukunft tatsächlich dann eine leistungsfähige, gute, offene, liberale Öffentlichkeit gewährleisten kann. Danke schön. Ja, da war so viel heute an, auch an Themen und Anregungen. An einer Stelle gibt es schon die über Beitragsmittel finanzierte, aktive Bürgerbeteiligung, wo man selbst entscheidet, was die Inhalte dann sind, die man will und die man macht. Wir erinnern uns an das Modell offene Kanäle und Bürgerrundfunk. Und da steht am anderen Ende, stehen ja sozusagen die Landesmedienanstalten und die werden ja auch über Beitragsmittel finanziert. Insofern gibt es da ein winziges Element, gibt es da schon in diese Richtung, was der Gesetzgeber auch vorgesehen hat, wo sowas angedacht ist und was ja auch gelebt wird. Ich versuche es mir praktisch vorzustellen, die Idee in der Umsetzung. Der Grundgedanke, der dahinter liegt, ist ja, dass in jeder Region unseres Landes und für jeden Bürger kontinuierlich sichergestellt sein soll, dass eine fundierte Meinungsbildung ihm ermöglicht wird und dass er über die Vielfalt des Geschehens, über die Vielfalt der Meinungen informiert wird, über den Unterschiedlichsten, über Information, Bildung, Kultur, Unterhaltung. Wenn die Bürger selbst entscheiden, da kann man natürlich starke Aktionen in Nordrhein-Westfalen, was passiert in Baden-Württemberg, ich versuche es mir gerade konkret vorzustellen. Also wie funktioniert das? Ich glaube, der wichtige Gedanke ist ja, dass wirklich jeder Bürger in diesem Land die Chance hat, ein Informationsangebot zu bekommen, das jederzeit und das für Qualität steht. Wofür ich absolut bin, dass wir uns öffnen, das ist Ihre Frage nach der Kultur, nach der Dialogfähigkeit und nach der Dialogbereitschaft, dass wir transparenter werden, was meinen wir eigentlich, was Qualität ist, was sind eigentlich die Kriterien, die wir ansetzen, die wir diskutieren, die die Redaktionen beschäftigen, wenn sie darüber nachdenken, ist das Qualität in dieser Sendung, egal ob Nachrichtensendung oder bei einem Film. Dass wir uns da öffnen und dass wir diese Diskussion suchen, diese Rückkopplung auch zur Gesellschaft, dass einfach jeder auch versteht, was wir da meinen mit Qualität oder was wir vielleicht auch dazulernen können. Ich glaube, wir brauchen viel mehr Rückkopplungsmöglichkeiten und das kontinuierlich. Also wir denken gerade, ich habe jetzt einen Geheimnis verraten, über eine kontinuierliche Dialogplattform nach, wo wir wirklich dran sind, über den Zuschauerservice, über das, was wir natürlich über die Social-Media-Redaktion auch machen, aber eine kontinuierliche Dialogplattform zu Themen, wo wir einladen und wo wir auch regelmäßig da sind. Und wir müssen, glaube ich, viel offener werden und deswegen finde ich gut, solche Veranstaltungen, weil wir können ja nur dazulernen bei aller Kritik und auch da lernen wir dazu. Deswegen, ja, herzlichen Dank für alle Anregungen heute Abend. Ja, vielen Dank. Und Sie, Herr Mayer, die ja in einer etwas undankbaren Situation waren, also etwas in der Minderheit, haben dafür jetzt das Schlusswort. Ja, schauen wir mal, ob es das letzte Wort anbleibt. Was mir, glaube ich, ein bisschen kurz kam, war heute, dass Struktur, klar, erst den Auftrag definieren, dann die Struktur, habe ich verstanden, aber dass doch Strukturbedenken ziemlich oft, auch nicht nur heute Abend, sondern insgesamt mit dem Verweis auf den Auftrag so einfach, sagen wir, wir akzeptieren das jetzt mal so, wie es ist und erweitern dann den Auftrag vielleicht noch ein bisschen, aber eigentlich bleibt so alles, wie es ist, müssten wir nicht stattdessen hergehen und viel mehr über so ein weißes Blatt Papier nachdenken und überlegen, wie sähe heute der öffentlich-rechtliche Rundfunk aus, wenn wir ihn neu erfinden würden. Denn der Satz fiel ja eben, man müsste ihn erfinden, wenn es ihn nicht schon gäbe, aber man würde ihn ganz anders erfinden als heute. Und ich finde, da gibt es halt nach wie vor, ich weiß, das klingt jetzt auch, das können Sie mir dann auch gerne unterstellen, aber so ist es wirklich nicht gemeint, es ist nicht populistisch gemeint, aber es gibt zu viele Denkverbote. Also ich sage nur mal, und deswegen weiß ich jetzt nicht, ob es das letzte Wort ist, aber ARD und ZDF, ich habe auch selber geschrieben, dass der Vorschlag von Herrn Seehofer so um die Ecke kam, das hatte schon den Hauch von Populismus. Aber müssen wir nicht stärker mal darüber nachdenken, wie würden wir denn das machen, wenn wir es neu denken könnten, von Seiten Akzeptanz, von Seiten der Effizienz. Die Stärken stärken das, was eigentlich nicht dazu gehört, weglassen. Und also brauchen wir nicht stärker ein Veränderungsmanagement. Es ist immer das von innen. Von innen, das glaube ich Ihnen sehr gern, Frau Wille, tut sich, glaube ich, wahnsinnig viel. Sie haben viel gespart, aber es ist von außen betrachtet immer noch zu langsam und immer noch zu wenig. Und letztes, die Neiddebatte, das ist mir doch noch ein Bedürfnis, das zu sagen, weil es eben hieß, das wäre Neid. Das ist vollkommener Blödsinn, wenn ich das so sagen darf. Wir, also Springer, andere Medienhäuser, wir wollen gar keine Beitragsgelder haben. Wir sind schon der Meinung, dass so, wie wir das finanzieren wollen, dass das richtig ist. Es geht vielmehr um die Ordnung der Medienlandschaft. Und die wird jetzt entschieden. Und die Ungleichheiten zwischen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und dem privatwirtschaftlichen Rundfunk, diejenigen, die wie wir Journalismus machen, und darum geht es mir, die werden einfach eklatant größer. Und das sehe ich mit Sorge. Ich danke Ihnen. Sie haben damit durchaus Anstöße und Impulse für weitere Diskussionen dieser Art geliefert. Ich danke Ihnen allen hier, dass Sie hergekommen sind, um zu diskutieren. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Und möchte jetzt das Mikrofon nochmal an die Ulrich geben von der Böll-Stiftung, die, glaube ich, einige Abschiedsworte sagen will. Die will ich ganz herzlich bedanken erstmal in dieser Runde. Wir hatten einen, finde ich, wahnsinnig spannenden Tag. Ich fühle mich sehr bereichert, bin begeistert. Vielen Dank auch, dass wir das so gemacht haben. Danke für die Beteiligung aller Orten. Wir hatten auch mehrere Gesprächssituationen am Nachmittag, in denen nochmal sehr konkret ausdiskutiert wurde und so weiter. Mir fällt jetzt zum Ende natürlich nochmal zu, zu sagen, dass wir diese Diskussion so nicht führen würden, wenn wir nicht alle zusammen in einer Welt des digitalen Wandels leben würden. Also wir würden über Medien und über Politikentwicklung und Demokratiegestaltung und Öffentlichkeit ganz anders reden. Wir tun alles dieses unter der Überschrift, wir leben im digitalen Wandel. Und das sind natürlich für die Diskussionen um die öffentlich-rechtlichen auch zentrale Fragen. Die Frage eben, wir haben vorhin diskutiert, braucht es ein öffentlich-rechtliches Netz und so weiter. Also wir sehen uns wieder. Die Diskussionen sind, glaube ich, für niemanden von uns ausgestanden an diesen Stellen. Ich danke, wie gesagt, sehr herzlich auch euch hier auf dem Podium fürs Kommen. Wir haben noch einen kleinen nicht-alkoholischen Umtrunk. Die Treppe runter auf der rechten Seite. Da gibt es noch Möglichkeit, ein bisschen was ausklingen zu lassen. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.